Also, Carsten, komm, wir sind hier, wir werden ja ständig Corona getestet, also dürfen wir maskenlos vor Ihnen stehen und machen das wie gewohnt zusammen. Und wir wollen berichten, Neues aus der Forschung und speziell den aktuellen Entwicklungsstand von neuen, also experimentellen Verhandlungen bei der Huntington-Krankheit. Und bevor wir das machen, wollen wir erstmal gratulieren. 50 Jahre ist eine tolle Sache und wir freuen uns, dass wir eine, also, und trotz nicht stattfindender Veranstaltung im Augenblick, herzlichen Glückwunsch zu diesen 50 Jahren jetzt. Und wir freuen uns beide, dass wir einen Teil davon miterleben konnten und auch einen kleinen Beitrag leisten konnten. Es gibt Leute hier im Auditorium, die einen noch längeren Beitrag geleistet haben, das ist klar. Nicht? Also, wir machen das natürlich unter Bedingungen von Corona. Und das ist aus unserer Sicht, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, sowohl eine Last und ein Problem, vor allen Dingen für die Versorgung, vor allem für die Versorgung. Wir haben sehr viele Leute gesehen, die schlecht geworden sind, weil sie keine Krankengymnastik, keine Ergotherapie, keine Logotherapie mitgekommen haben. Aber wir haben auch festgestellt, dass es in den meisten Zentren in Deutschland gelungen ist, die Forschungsstudien fortzuführen und, was wir als Vorteil sehen, die Schwelle, digitale Medien zu nutzen, hat sich geändert. Die Bereitschaft, das zu machen und die Videosprechstunden und die Videosprechstunden zu nutzen, wie ist es bei dir, Karsten, hat sich geändert. Und das ist bei aller Belastung, wir wünschen uns, dass Corona eher schneller als später vorbei ist, bei aller Belastung ein kleines Plus. Worüber wir heute sprechen wollen, ist im Prinzip über die Behandlung der Erkrankung. Das sind aus unserer Sicht drei Säulen. Zum einen geht es um Verbesserung von Beschwerden und der Linderung der Symptome. Dafür gibt es etablierte Sachen und experimentale Ansätze und das werden wir gemeinsam besprechen. Daneben, und das ist eben seit einigen Jahren neu und gibt uns allen Hoffnung, gibt es Ansätze, um den Verlauf, der Hand, die dann Erkrankung, speziell das Fortschreiten der Erkrankung beeinflussen zu können. Und das ist tatsächlich neu. Und dazu braucht man Ansätze, der Karsten wird das nochmal genauer erläutern, Ansätze, die ganz an den ersten Schritten der Kette von Ereignissen, die zur Erkrankung führen, ansetzen. Und was wir berichten wollen, da das ja als Ansatz nicht neu ist, ist, was der gegenwärtige Stand der Dinge ist. Das heißt, was für Fortschritte wir gemacht haben im letzten Jahr und was jetzt kommt dieses und nächstes Jahr. Und dann wollen wir auch nicht vergessen, dass Lebensführung und eigene Aktivität wichtig ist. Die dritte Säule der Behandlung ohne jede Frage. Und wir wollen ein bisschen zusammen besprechen, was man weiß, wo aber auch die Lücken sind, die also durch entsprechende Studien, die wir hoffen, schrittweise geschlossen werden können. Gut. Wir fangen an mit Verbesserung der Beschwerden, Linderung der Symptome. Ja, da übernehme ich auch von mir herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Arbeit, Michaela Jochen, Herr Pertag, sehr, sehr schön. Ich finde es auch spannend, das einmal online zu versuchen. Einerseits natürlich Corona, technisch müssen wir es, aber ich glaube, es ist auch für Leute, die Schwierigkeiten haben, vielleicht nicht so mobil sind, das zu machen. Und ich muss sagen, ich war vor zwei Wochen im Harz und habe gesehen, dass es den Harz eigentlich nicht mehr gibt und finde es auch aus umweltschutztechnischen Gründen schön, wenn wir das durchaus mit belassen können, als eine Alternative zusätzlich, wenn Corona irgendwann mal nicht mehr ist. Na gut. Ja, schön, das wieder zusammen zu machen. Ich glaube, das kennen die meisten. Einfach als Einführung nochmal, dass Hunting eine CAG-Repeat-Erkrankung ist. Dass es da ein großes Protein gibt und eine kleine Stelle, wo immer wieder diese CAGs sich wiederholen und kommen, das ist das, was beim genetischen Befund gemessen wird. Und dass dann, wenn es zu lang ist, eben dann sich das Protein anders faltet, die mRNA auch schon anders aussieht und das dann eben auf einem Allel ist, dass wir immer zwei Allele haben, eins vom Vater, eins von der Mutter. Und je nachdem das Verlängerte, wenn das weitergegeben wird, dann eben ein 50-prozentiges Risiko besteht, selbst zu erkranken. Und dass diese Repeat-Zahl, hier sieht man, wir alle haben das Gen, wir alle brauchen das. Meistens ist es so um die 17, man sieht das hier so 19, 25, dann funktioniert das Protein gut. Dann gibt es keine Beschwerden. Und ab 36 und eindeutig ab 40 ist es so, dass es zu lang wird. Viele Patienten haben 40, 45, aber es kann auch länger sein, 80 oder sogar noch länger. Und dass das, je länger die Faltung ist, je länger das Protein ist und die mRNA sich verändert hat, dass das auch etwas mit dem Erkrankungsbeginn zu tun hat, dass es eben, wenn es sehr hoch ist, eben auch Kinder sein können, die erkranken, mit einer Verlangsamung, einer anderen Form der Erkrankung. Und da, wo die meisten eben sind, 40, 45 CRG-Repeats, dass das so das 40., 50., 60. Lebensjahr ist, mit ersten motorischen Beschwerden, das ist das, was in den Büchern drinsteht, dass aber das letztlich auch in jedem Alter aufträgt. Das Tier ist ein bisschen blass. Da haben wir gerade noch vorher dran gebaut. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das weiß ich, woran das liegt. Für die Behandlung der Beschwerden möchte ich vor allen Dingen auf die Leitlinien verweisen. Jeder kann das nachgucken. Das ist, glaube ich, egal. Ich mache es mal schwarz. Okay. Jeder kann das nachlesen im Internet, wenn man Leitlinien handhinken bei Ecosia und nicht unbedingt bei Google, Frauen machen Bäume dafür, nachguckt. Und dann kann man, da haben wir als Experten versucht, Tipps zu geben zur Behandlung. Das sind Erfahrungen. Das ist, es gibt wenig Studien zu der Erkrankung, muss man sagen. Viel ist Erfahrung und Tipps. Und da lernen wir auch ständig dazu. Da hat auch, glaube ich, jeder seine Handschrift. Bei manchen sieht man die Medikation und weiß, von welchem Arzt er oder sie kommt. Glaube ich. Weil einfach jeder, glaube ich, seine Erfahrungen hat. Und manchmal beißt sich der eine die Zähne aus oder weiß ich nicht weiter. Und jemand geht woanders hin. Und da hat jemand auf einmal eine Idee behandelt anders. Und das hilft auch. Das dauert zu lange. Aber so kommt es schön hintereinander. Na eben, das finde ich doch auch. Also das, was mir bei der Behandlung wichtig erscheint, ist, dass man die Beschwerden als Neurologe, das ist das, was mir als Neurologen eben auch, woran ich das interessant finde, dass man eben darauf achtet, was genau sind die Beschwerden und was genau ist das. Dass man eben nicht sagt, eben im Lehrbuch guckt, im Huntington oder behandle ich mal mit, da behandle ich mit Tierabredext. Und dann fange ich mit der Tierabredext mit dreimal einer Tablette an. Und jemand ist nur müde. Und, ähm, machen wir uns mal zurück dann. Machen wir ruhig rum. Na gut. Die Chorea, das typische Symptom, weshalb man ja auch sagt, Chorea hunting, was ich nicht ganz wichtig finde, weil es eben nicht nur die Chorea ist, heißt auch griechisch tanz. Das sind die typischen Überbewegungen, die wir mit Medikamenten behandeln, die gegen Dopamin wirken. Dopamin ist das, was beim Parkinson-Patient fehlt. Das heißt, wir machen künstlich ein Parkinson als Nebenwirkung. Und letztlich ist das für all diese Medikamenten so. Es gibt viele Antidopaminergika, Neuroleptika im weitesten Sinne, post-synaptisch wirken, hinten blockieren. Und eins, was wir häufig einsetzen, das Tetrabenazin, was vorne auch den Speicher entleert. Alle haben ähnliche Nebenwirkungen und Wirkungen, können eben dieses Parkinson-Oid oder Müdigkeit machen. Das Tetrabenazin kann zusätzlich auch noch Depressionen verschlechtern und auch eine Akathesie häufig machen, also Sitzunruhe. Viele Patienten haben aber eben nicht nur diese Chorea, sondern auch eine Dystonie. So eine Dystonie heißt falscher Tonus, also ein verdrehte Arme oder Beine oder auch ein Rumpf. Das ist, finde ich, meiner Erfahrung nach schwierig zu behandeln. Es gibt verschiedene Ansätze. Tetrabenazin vielleicht wird auch in einer Dystoniebehandlung eingesetzt. Ein paar stehen hier nicht wirklich, also bringt, ich tendiere dazu. Das, was mich tatsächlich am ehesten überzeugt, und da können wir drüber diskutieren, ich habe es mit dazu geschrieben, sind Cannabinoide bis jetzt. Also tatsächlich ein paar, jetzt wirklich schwer, dystono-holtz, noch jüngere Patienten hatten, wo ich also gute, was wir als Fallbeispiele mal gemacht haben, das ist keine hohe Evidenz, die sind auch alle zu krank, als dass sie eine Studie mitmachen könnten, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie da die Erfahrungen sind. Also ich persönlich bin jetzt, habe ganz gemischt Erfahrungen, auch gerade bei den Dystonen. Es gibt solche, wie kann ich mir nur zustimmen, die gut drauf fällt. Es gibt aber auch andere, bei denen ich das nicht beobachte. Und ich persönlich neige jetzt dazu, auch noch zusätzlich zu den Substanzen, die du aufgeführt hast, wie das Baklophen oder das Dizanidin, auch an die Substanzen einzusetzen, die ganz am Muskel werden. Also ich habe damit zum Teil ordentliche Erfahrungen gespielt. Also das sind die Substanzen, die direkt an den Calcium-Kanälen ansetzen, die man für maligne Hypothalie einsetzen würde, zum Beispiel. Und das scheint auch eine gewisse Erksamkeit zu sein. Aber ich glaube, wir sind uns ganz einig, dass die Dystonie schwer zu behandeln ist. Und das Übliche, was man macht, die Injektion von Botulinumtoxin, bei so generalisierten Formen der Dystonie, problematisch ist und nur für ganz bestimmte Symptome und ganz bestimmte Patienten, eine ich ebenfalls, hilfreich ist. Sehe ich genauso. Natürlich auch die Cannabinoide, auch schwierig, wenn es Psychosen gibt, wenn es andere Sachen, wo es schwierig ist, das einzutreten. Eine Gruppe von Patienten habe ich immer wieder, die mit der Dystonie, die Patienten, die mit der Chorea eine Überbewegung haben, die ein bisschen anders aussieht, ein bisschen ruckartiger ist. Die ist mein Myoklonus, also ruckartige Bewegung. Wo ich an Patienten erinnere, wo man mit dem Tiabrit- oder Tetrabenazin-Medikation mir die Zähne ausgekissen hat, wo es nicht geklappt hat. Und es dann, weil es in wenigen Patienten tatsächlich mit Voralproat, ein Medikament, was man Antipileptikum eigentlich für Myoklonus einsetzt hat. Und dann ganz wichtig, die große Gruppe der Patienten, die eher verlangsamt sind, wo dann eben natürlich kein Antiproaminergismedikament eingesetzt wird, sondern eher Argonisten eingesetzt wird. Was ist da dein Eindruck? Findest du das wirksam für die Pradekinesie? Durchaus. Ich habe sogar jetzt, ich glaube, das sprengt den Rahmen. Das müssen wir alleine diskutieren. Und nimmst du Argonisten oder Eldopa? Beides. Argonisten, glaube ich, fast eher. Eher Argonisten. Armepexonen, sogar eher. Freut mich. Psychiatrisch, auch das wird den Rahmen sprengen. Natürlich Antidepressiva. Wichtig erscheint mir die Sache, dass Reizbarkeit Behandelbarkeit ist. Ich erlebe immer wieder, dass man eben jemand hat, auch Reizbarkeit ist natürlich die Frage, was ist pathologisch, was ist nicht pathologisch? Wann ist das nicht mehr normal? Aber das ist, glaube ich, das, was ja auch in den Gruppen, glaube ich, immer wieder diskutiert wird, immer wieder berichtet wird, dass sich eben jemand mit der handlichen Erkrankung eben auch dahingehend verändern kann, dass es eben die Psyche sich verändert. Und dass das dann teilweise behandelt, dass das behandelt, dass das behandelt ist, durchaus. Das ist manchmal schwierig, das ist so, aber es kann hilfreich sein bei der Reizbarkeit. Meine Lieblingsmedikamente sind da Risperidon, Pediatrin und auch das Ceatyl, Zuclopentixot, so ein schwieriger Name. All das, glaube ich, sprengt jetzt den Rahmen, dass im Einzelfall, auch wenn Fragen kommen, ich glaube, das sind alles Sachen, die man einzeln in der Klinik, in den Ambulanzen besprechen, weil das eine individuelle Sache ist. Aber das ist einfach behandelbar. Ich glaube, das sollte bleiben. Was hältst du von einem Antidepressiva, speziell SSRIs, für Irritabilität? Schwierig, nicht immer. Ich glaube, es kann Patienten geben, wo ich das Gefühl habe, das hilft, wenn es auch mit einer Depression vielleicht sogar zu tun hat. Manchmal steigern SSRIs, aber gerade zu Beginn der Behandlung sogar die Reizbarkeit oder die Anspannung, die innere Anspannung, dann kann es, glaube ich, auch schwierig sein. Also, mein Eindruck ist, wie gesagt, es gibt leider nicht die Studien, die wir gerne hätten, um das eindeutig zu belegen. Mein Eindruck ist, dass SSRIs vielfach hilfreich sind, aber vielfach kombiniere ich die mit Antipsychotika. Wobei meine persönliche Präferenz da mehr Olanzapin wäre, aus anderen Gründen jetzt. Genauso wie, interessanterweise, je länger ich das mache, immer mehr als Antichoriatrismittel Olanzapin präferiere. Und nicht mehr, wie ich es früher vielfach gemacht habe, Tiaprit oder Risperidon. Das ist, glaube ich, die Sache mit der Handschrift, oder? Ja, absolut, ich stimme absolut zu. Komme ich vielleicht gleich nochmal zu. Auch hier zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Olanzapin häufig, dass man Synergieeffekte hat. Olanzapin hat häufig als Nebenwirkung, dass es eine Gewichtszunahme macht. Deshalb setze ich Olanzapin auch häufig gerne ein bei Patienten, die Gewichtsabnahme haben. Da wäre das dann meine erste Wahl auch gut. Reizbarkeit finde ich tatsächlich das Risperidon effektiver. Deshalb setze ich das häufig als erstes Medikament an, weil Reizbarkeit und Überbewegung häufig als erstes Medikament ist. Aber das ist eben, da hat jeder, glaube ich, seine Erfahrungen aus. Okay, ich glaube, damit würde ich das schon abschließen. Natürlich zusätzlich Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Psychotherapie, glaube ich, auch bei Befundmitteilung wichtig. Viele auch experimentelle Sachen. Wir haben in Bochum lange mit basaler Stimulation gearbeitet, der Christian Boch, der sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Yoga, Reiki und Reha-Therapie ist, glaube ich, auch nochmal ein eigenes Thema, was sich gar nicht zu sehr vertiefen kann. All das eben, wie gesagt, bei den Therapieempfehlungen der Leitlinien nachzulesen und sicherlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Rat Herwig, du hast auch sehr viele Erfahrungen, glaube ich, auch noch ganz viele Anmerkungen dazu, wo, glaube ich, jeder tatsächlich so seine Erfahrungen macht, womit er arbeitet. Okay, dann würden wir an dem Punkt vielleicht im ersten Block mal Fragen machen. Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Im Chat? Wir können den Chat nicht sehen. Im Moment gibt es keine Fragen, bis auf eine. Es wird empfohlen, die nächste Folie. Dann müssen wir das ja umstellen, das ist ja hier, glaube ich, ne? Ja, oder ist das ja? Oh, oh, ne, das habe ich. Sekunde. Der Präsentiermodus muss weg. Ja. Darf ich dann rum? Wollen wir da oben? Da sind wir nicht. Über den Team. So. Besser. Besser? Hoffen wir. Okay. Wie gesagt, da sind, glaube ich, auch Fragen schwer zu beantworten. Am besten das, glaube ich, vor Ort. Gut. Dann geht es eigentlich mehr in Richtung Forschung schon in die verschiedenen Bezeichnungen. Wie kann man die Krankheit verzögern? Wie kann man den Krankheitsverlauf beeinflussen? Wie kann man die Krankheit beeinflussen? Bis jetzt in den Leitlinien nach strengen wissenschaftlichen Kriterien, muss man sagen, haben wir keine neuroprotektive, kausale Therapie tatsächlich, mit der wir die Krankheit den Verlauf beeinflussen können. Es gab sehr viele Forschung dazu und dazu habe ich dieses Dia, was ich da ganz gerne zeige, dass wenn man sich eben vorstellt, dass das eine Zelle ist hier, Zellkern mit den Chromosomen, den Genen da drin, dann haben wir bis zu 100 Billionen Zellen in einem Menschen. Und in diesen Zellen, besonders im Gehirn, wird das Huntingtin häufig abgelesen und das führt im Laufe des Lebens dann zu diesen Aggregaten, zu diesen Proteinen, die dann den Ablauf in der Zelle stören. Die ganze Zelle kann nicht mehr richtig arbeiten. Das ist der Bereich, in dem wir versuchen wollen, das so zu behandeln. Wenn die Zelle irgendwann abgestorben ist, können wir sie natürlich nicht mehr behandeln. Aber es gibt einen langen Bereich vorher, wo eine Dysfunktion ist, wo sie nicht richtig funktioniert. Die Mitochondrien nicht richtig funktionieren. Denn all diese Ansätze hat man viel erforscht darum. Es gibt nicht nur die Nervenzellen, sondern auch Zellen, die mit der Entzündung, Ernährung der Nervenzelle zu tun haben. Die Mikroglia, auch da gab es Ansätze. Und man hat viele, viele Forschungsansätze gemacht an den Rezeptoren außen. Die Hildoxol-Studie, eine der größten Studien, die wir 1999, 2000 angefangen haben. Leider negativ, wo man die Erregbarkeit der Zelle beeinflussen wollte. Vitamine, Kronzum, Q10, Kreatin, viele Ansätze, die fraglichen Hinweise hatten. Dann aber leider negativ waren in den großen Studien, wie auch vieles andere. Etwas langsam. Okay. Und das Besondere jetzt ist eben, dass wir in den, oder vielleicht bevor wir dazu kommen, auch diese Wege werden nicht verlassen. Auch hier guckt man weiter, ob man Eiweißabbau und auch die BDNF und solche Sachen verändern will. Da ist ein Beispiel die Proof-Studie, das Pridopedin, wo ich gleich drauf eingehen möchte. Ganz kurz eine Substanz, die eben genau diese Mechanismen, verschiedene dieser Mechanismen auch erfüllen soll und da demnächst anfangen soll. Da gehen wir gleich drauf ein. Das, was dann besonders ist, ist eben, dass im nächsten, in dieser Zeit Studien anfangen, die sich mit dem Gen beschäftigen. Das haben wir nämlich bis jetzt nicht gemacht und konnten wir nicht. Das war natürlich, seit es den Gentest gibt, die Idee, dass man das macht. Aber es ist nicht so einfach. Und da sind jetzt eben die Tierversuchsergebnisse soweit, dass man jetzt eben erste verschiedene Substanzen hat. Das ist gleich der Überblick, wo man jetzt versuchen will, dieses Eiweiß, die Veränderung praktisch direkt beim Gen anzusetzen. Okay. Kurz zurück, das Pridopedin, eine Substanz, die wir gut kennen, wo wir schon zwei Studien mit gemacht haben. Eine war die Pride-Studie, verschiedenen Dosierungen. Das Wichtigste ist, dass sehr gut verträglich war eigentlich die Substanz. Und man damals die Studien gemacht hat, eigentlich um die Motorik, die Beschwerden zu verbessern in dem Motorspor der Patienten. In der Zwischenzeit aber festgestellt hat, dass es einen anderen Rezeptor, das Sigma-1 heißt der, gibt. Und da dieses Medikament viel eher wirkt und der hat ganz positive Auswirkungen auf Stress der Zelle, auf einen Wachstumsfaktor. Also all das, was wir da vorher hatten, verschiedene Sachen. Und so, dass es jetzt eine neue Studie gibt, die Proof-Studie, die in den nächsten Wochen anfangen soll. Und Herr Reimann in Münster ist PI für diese Studie in Europa. Mit 480 Teilnehmern, 65 Wochen, soll untersucht werden, ob zweimal täglich eine Tablette ist das. Hilfreich ist, den Krankheitsverlauf zu stabilisieren. Es gibt eine Skala, die Sie vielleicht alle kennen, wenn Sie diese Enrol-Studie mitmachen, da wird die auch abgefragt. Das ist eine alte Skala, ganz grob, wo ganz grob gefragt wird, kann jemand arbeiten? Kann jemand eingeschränkt arbeiten? Kann er sich um seine Geldangelegenheiten kümmern? Kann er eine Hausarbeit machen oder ist er eingeschränkt dabei? Kann er sich selbst versorgen, also baden, duschen, anziehen? Oder ist er noch zu Hause oder ist die Versorgung zu Hause noch möglich? Also eine sehr grobe Skala. Und in dieser Skala haben die bisherigen Studien gezeigt, wichtige Fragen abfragt hier, dass dieses Medikament so aussieht, als wenn es das stabilisieren könnte. Also praktisch den Krankheitsverlauf auch da etwas beeinflussen kann und positiv beeinflussen kann. Und es eine geringere Verschlechterung in dieser Skala, die ganz wichtige, wesentliche Dinge abfragt, gab. Als bei den Patienten, die das Medikament genommen haben, als in den anderen Themen bisherigen Skalen in Studien. Das war aber bis jetzt nie das Ziel. Das soll jetzt die Fragestellung sein bei dieser Studie. Deshalb auch mit relativ vielen Teilnehmern auch schon als Phase 3. Also auch etwas, was dann tatsächlich auch als Zulassung geht. Deshalb sehr, sehr interessant, glaube ich. Und durchaus auch so, dass hier Teilnehmer mitmachen können, die in diesen Skalen sieben Punkte erreichen oder mehr. Das heißt eben teilweise Teilnehmer, die auch schon etwas mehr betroffen sind. Die vielleicht an den anderen Studien nicht unbedingt mitmachen. Ist da noch ein Kommentar zu, oder? Nein, also nur vielleicht als Ergänzung. Es ist, weil ja, wie Carsten betont hat, ist über einen langen Zeitraum schon die Studie, dieses Medikament in Studien geprüft worden ist, gibt es auch Langzeitbeobachtungen jetzt. Und es sind diese Langzeitbeobachtungen an allerdings nur wenigen Menschen, die den Eindruck, da könnte etwas dran sein, betonen. Ob es so ist, das werden wir durch so eine Studie herausbekommen, wie sie jetzt geplant ist, die Proof HD-Studie. Und das halte ich mir ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass dieses Medikament relativ gut verträglich ist. Es führt zum Beispiel nicht dazu, dass die kognitive Geschwindigkeit sinkt, wie das bei vielen anderen Medikamenten der Fall ist. Aber die entscheidende Frage ist, hat es langfristig gegeben einen günstigen Einfluss auf den Funktionszustand? Und dafür werden wir hoffentlich, und das sehe ich als einen großen Fortschritt, Antworten finden. Klare Antworten und nicht auf Raten angewiesen zu sein. Von den Zentren, glaube ich, sind mir die drei in Münster-Buch und Brühl-Moment bekannt. Ich weiß auch nicht, wie es... Ist noch nicht definitiv, glaube ich. Ist noch nicht klar, ne? Das ist, glaube ich, noch nicht klar. Okay. Vielleicht auch noch ein... Tauchkirchen ist auch... Es wäre gut zu kombinieren, auch mit anderen Ansätzen. Das wäre jetzt ja praktisch nochmal auch ein Gedanke, dass wir vielleicht später mal zu Kombinationstherapien kommen. Das wäre sicherlich was, was man zusätzlich kombinieren könnte. Den Eindruck hätte ich auch. Und so ist es vielleicht auch, dass wir nicht immer nur uns auf das fokussieren sollten, was große Effekte hat, sondern Kleinvieh macht auch Mist, sagt man. Und kleine Verbesserungen sind, können hilfreich sein. Okay. Dann zu dem, was eben dieser Balken in den Chromosomen war, dass wir eben tatsächlich Ansätze jetzt diskutieren können, auch schon in den letzten Sitzungen diskutiert haben, die tatsächlich, ja, Gene Silencing, das Gen, eigentlich eher das Hunting Team, das Name ist ganz nicht richtig, das Hunting Team reduzieren sollen. Die Idee, dass das hilfreich sein könnte, geht auf eine wesentliche Arbeit aus dem Jahr 2000 schon zurück, wo man an Mäusen ein Experiment gemacht hat, was man bei Menschen nicht machen kann, wo man einen Schalter sozusagen eingebaut hat und mit diesem Schalter das Hunting Team gehen bei den Mäusen an- und ausschalten kann. Das ist, den Schalter hat der Mensch nicht, das sagt, wenn man es nicht macht, den hat man künstlich bei der Maus eingebaut. Und wenn man diesen Schalter hat erst ausgestellt, die Maus krank geworden ist, dann ist es bemerkenswert, dass wenn man dann den Schalter umgelegt hat, teilweise eine gewisse Verbesserung der Funktion bei den Mäusen sogar dabei war. Sie sind wieder etwas gesünder geworden. Das heißt, das war so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass wenn dieses Eiweiß, was sich in den Zellen die ganze Zeit ablagert und die Funktion der Zelle stört, wenn man das rückgängig machen könnte, dass es dann vielleicht theoretisch sein könnte, dass man noch nicht mal nur eine Stabilisierung der Erkrankung hinbekommt, sondern zumindest ein kleines bisschen, wahrscheinlich nicht vollständig, aber zum gewissen Teil sogar eine gewisse Verbesserung denkbar wäre, wenn das gelingt. Das ist natürlich hypothetisch und das ist nicht unbedingt das, was wir jetzt erwarten dürfen, aber erst mal ein wichtiger Hinweis darauf, dass der Ansatz erst mal richtig ist. Es ist aber auch die Frage, wenn ich das Huntingthin reduziere, das Eiweiß, das braucht der Körper ja auch. Und es ist ein wichtiges Protein, was viele verschiedene Funktionen hat. Wie weit kann ich das überhaupt machen oder schade ich dann jemandem sogar mehr, als dass ich ihm hilfe? Und da ist jetzt vor kurzem in JAMA, einer wichtigen Zeitschrift in der Schindes Paper, erschienen, was hier so eine grobe Übersicht macht. Das Wichtigste ist, dass man, wenn man die Huntingthin-Allele in der Maus, das sind die Mäuse hier auf der rechten Seite bei der Maus, beide ausschaltet, dass dann die Maus im Embryonal-Stadium verstirbt. Das heißt, gerade bei der Gehirnentwicklung hat das Huntingthin-Protein eine ganz wichtige Rolle. Da darf es nicht fehlen. Und wenn ich das mit beiden Allelen, also das von Vater und von Mutter, ausschalte, dann stirbt die Maus in der Embryonal-Phase und dann ist das sogar tödlich. Andersrum gibt es aber auch andere Patienten, nicht Huntingthin-Patienten, sondern Patienten, die sehr, sehr selten sind, die ein Allel nicht richtig arbeitet und nicht richtig funktioniert, wo das fehlt, so zu sagen. Patienten, die eben von Natur aus schon 50% Reduktion ihrer Huntingthin-Werte haben, wahrscheinlich. Und diese Patienten haben ein ganz normales Leben, eine ganz normale Entwicklung. Also scheint das 50% möglich zu sein in etwa. Da gibt es noch viele, viele andere Veränderungen bei Menschen, die zufällig auftreten und auch bei der Maus, wo man viel geforscht hat. Aber ich glaube, das ist so die Button-Line, würde ich mal sagen. Dass man im Moment davon ausgeht, dass mal bis zu 50% Reduktion wahrscheinlich möglich erscheint. Vielleicht kann man es auch so sagen, für 50% Reduktion, dass das vereinbar ist mit einem ganz normalen Leben, dafür gibt es menschliche Nachweisungen. Sonst gibt es eben Tierexperimente, darauf gehst du jetzt gleich nochmal. Also, okay. Auch eine Übersicht, wo ich jetzt erstmal die verschiedenen Ansätze als Übersicht präsentieren möchte. Und wir werden dann hinterher vor allen Dingen auch diese Antisens, diesen Ansatz wesentlichen eingehen. Aber es gibt verschiedene Ansätze, die auch schon länger diskutiert werden, wo man verschieden weit ist und wo ein paar vielleicht jetzt demnächst zu Menschen kommen oder auch in der nächsten Zukunft zu Menschen kommen. Das hier soll der Zellkern sein, das Blaue. Und hier ist wieder unsere DNA drin. Und hier ist wieder unsere CAG-Verlängerung. In dem Allel, was pathologisch verändert ist und was wir gerne beeinflussen möchten. Und dann gibt es Ansätze, die hier bei der DNA ansetzen. Oder auch welche, die bei der mRNA ansetzen. Das sind hier diese anderen Ansätze. Das sind die Blaupausen, die abgelesen werden, wenn das Protein hier rechts hergestellt wird. Immer wenn das Protein hergestellt wird, man hat in jeder Zelle den gesamten Bauplan des gesamten Körpers. Man braucht nicht in jeder Zelle jedes Protein. Ich möchte im Gehirn nicht den Fußnagel haben, zum Beispiel. Deshalb wird der nicht abgelesen. Aber das Hunting-Team-Protein eben öfter. Und deshalb kann ich diesen Ablauf hier, immer diese Kopie, das Protein herstellen an verschiedenen Stellen beitragen. Das erste wäre die DNA direkt. Das wäre dann eine Art Gentherapie, wenn ich das dort machen würde. Und dazu gibt es bis jetzt vor allem Ideen. Die sind noch nicht so weit, dass man sie tatsächlich beim Menschen einsetzt. Das ist einmal diese Genschere, CRISPR-Cas, die sicherlich viele schon gehört haben, was immer wieder auf den Medien ist, vor kurzem erst einen Nobelpreis gegeben hat und entdeckt worden ist. Das ist ein Mechanismus, mit dem sich eigentlich Bakterien gegen Viren schützen, den man dort entdeckt hat und den man einsetzen kann, um die DNA an sich zu verändern. Für mich in meiner Einschätzung noch das, was am weitesten weg ist, wäre natürlich ein grundlegendster therapeutischer Ansatz, aber noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden, dass es an Stellen wirkt, wo es gar nicht unbedingt wirken soll, sondern nicht nur an der Hunting-Stelle. Man muss es auch in die Zellen reinkriegen. Da hat man bei anderen Sachen aber auch das Problem, dass man mit Viren arbeitet. Aber vor allen Dingen der Ansatz, noch woanders schlecht, sogenannte Off-Target-Effekte an falschen Stellen schneidet, glaube ich, ein Hauptproblem. Das nächste sind die Zinkfinger-Proteine, hier mit ZFP abgekürzt. Zinkfinger-Proteine. Meine Ansicht nach ein sehr interessanter Ansatz, der praktisch sich in die DNA hineinlegt und dadurch die mRNA schlicht und ablesen wird, bei der Firma Takedo in Japan ist da drin. Und auch hier in dieser Grafik, das Talen noch nur erwähnt, auch ein bisschen ältere Arbeit schon, die das auch mit Proteine, die das mit beeinflusst hat. Das scheinen ein paar Zwischenfragen zu sein, können wir gerne beantworten, hier an der Stelle, wenn wir sie sehen. Oder wir müssten sie vorgelesen bekommen, glaube ich. Oder erst das DIA zu Ende machen, dann vielleicht. Okay, das wären jetzt die Ansätze an der DNA. Die mRNA, eben die Blaupause, die jedes Mal abgelesen wird, wenn das Protein gebraucht wird, die verändert sich zwischenzeitlich nochmal. Die wird umgebaut. Da gibt es sogenannte Splicing-Mechanismen. Und da setzen eben auch verschiedene Medikamente einmal an. Die sogenannten Small Molecules, also kleine Moleküle, wo es inzwischen verschiedene Kandidaten gibt. Ich glaube, Wann hat, wird auch nochmal genauer drauf eingehen. Von verschiedenen Firmen auch, die genau diese Splicing-Mechanismen beeinflussen sollen und dadurch das Protein nicht hergestellt werden soll. Oder unsere Antisens-Oligonukleotide, die eben auch die mRNA, die Prä-mRNA blockieren und dadurch das Protein nicht hergestellt wird. Und diese weiter außen, außerhalb des Zellkerns, die Interferenced-RNA, diese hier oben, die auch die RNA blockieren sollen und das Protein nicht hergestellt werden. Das wäre dieser Weg. Und es gibt inzwischen Hinweise, dass es zusätzlich bei der Huntingtonerkrankung häufig dazu kommt, dass ein kleines Bruchstück, das Exon 1, nämlich nur ein Bruchstück des Huntington-Proteins, auch häufiger hergestellt wird. Besonders wohl bei Kindern auch, die erkrankt sind. Da sind nicht alle dieser Medikamente, die das tatsächlich erwischen. Ein weiterer Ansatz, der relativ neu ist, der sich hier beschäftigt, die DNA-Reparaturmechanismen. Man weiß inzwischen, dass es zu einer Verlängerung, Veränderung des Gens kommt durch Reparaturmechanismen. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf, so ein bisschen komplexer zu beschreiben. In der Zelle, je länger und je häufiger die Zelle abgelesen wird, sich auch das Huntington-Protein, die mRNA verändert in der Zelle. Und da, weil diese Reparaturmechanismen falsch funktionieren, gibt es viele Daten auch dazu aus der Enrol-Studie, Hinweise. Und wo man aber gleich noch mal drauf eingeht, um genau diese Reparaturmechanismen zu beeinflussen, ist ein relativ neuer, weiterer Ansatz. Das wäre also der Überblick. Wo wir jetzt genauer drauf eingehen wollen, sind die Antisens-Polygonukleotide, also ASO abgekürzt. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Ansätze. Einmal der der Firma Ionis oder Osch inzwischen abgekauft, bei dem beide Allele von Vater und Mutter unterdrückt werden, also auch das Gesunde. Wo eben wieder die Frage der Dosis ist, mit den 50 Prozent. Und eben die Frage ist, kann ich dadurch auch unter Umständen schaden, dass ich zu viel unterdrücke? Und dass der Firma WAVE, die nicht ganz so weit sind, die jetzt in der Phase 1, 2 sind, die Allee selektiv, nur das verlängerte Allee unterdrücken wollen, an einer Veränderung, die manche Patienten haben, aber nicht alle. Da wissen wir jetzt schon, dass damit nicht alle Patienten behandelbar sein werden, weil manche Menschen, manche Patienten diese Veränderung, wo dieses Medikament ansetzt, nicht haben, also das Schloss für den Schlüssel nicht haben. Das sind verschiedene Ansätze, die Vor- und Nachteile haben, wo wir jetzt rausfinden müssen, was tatsächlich besser ist. Viele dieser Medikamente als Übersicht noch brauchen ein Virus, das verwirrt vielleicht manchmal. Und diese Viren an sich sind nicht die Behandlung. Die Viren sind nur das trojanische Pferd, um dieses Medikament in die Zelle zu bekommen. Und das ist bei verschiedenen, bei den RNA- und Zinkfingerproteinen oder auch bei der CRISPR-Cas, Sachen braucht man wahrscheinlich, so ein Virus, um das Medikament überhaupt erstmal an die Zelle heranzubringen. Aber das ist nicht die Behandlung. Da gibt es verschiedene Viren, die auch mehr oder minder sicher inzwischen sind, die auch in anderen Krankheiten eingesetzt werden und eigentlich mehr eine Art Transportmechanismus sind für das Medikament, weil nicht alle Medikamente gut von alleine in die Zelle gehen. Die Antisens tun das, die sind sehr fettlöslich und die gehen hier gut alleine in die Zelle. Das ist aber nicht bei allen. Und das wäre so ein bisschen der Überblick, wo weit wir sind. Das würde ich noch gerade zu Ende machen. Das ist der Überblick, wie weit wir sind. CRISPR-Cas, Genschere, die Zinkfingerprotein bis im Tierversuch, noch nicht beim Menschen. Die Interference-RNA, da gibt es zwei Firmen, die noch einen Tierversuch experimentieren. Eine Firma, die Firma Unicure, die jetzt am 30.06. glaube ich, die ersten Patienten behandelt haben. Das ist eine neurochirurgische Operation, die läuft in den USA. Die Small Molecules, verschiedene Firmen, PTC, Novantis, Shyhog, die sich teilweise für dieses nächstes Jahr ankündigen. Die Antisens, wo wir mit Ionis Roche in der Phase 3 sind, das ist ein bisschen verschoben hier, Wave in einer Phase 1, das heißt, dass es jetzt immer darum geht, ob es verträglich ist und somatische Instabilität von der Firma Chipletzer-Portix, auch das leider ein bisschen verschoben, da unten, was nochmal einen anderen Ansatz darstellt. Ich glaube, da würde ich jetzt erstmal einen Punkt machen, weil das grob und viel war. Die Frage dann, Ja, hören Sie mich? Wir allerdings im Augenblick nicht sehen. Hallo, Herr Landwehrmeier, Herr Racht, hören Sie mich? Nein, es hört mich keiner. Irgendwas passt nicht. Machen wir vielleicht mal ein bisschen weiter. Warte, 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 warte. Wo ist der Kalle? Audio ist ein. Hallo, Kalle, bist du schon dabei? Kann ich mich hören? Kalle, du solltest jetzt dein Mikrofon einsteigen und können die Frage direkt stellen können. Das ist gut. Kommt keine Frage? Wir können die Frage nicht hören? Nee, wir können sie nicht hören. Was funktioniert nicht? Dann kann ich einmal in den Chat gehen. Ja. Vielleicht haben wir schriftliche Fragen. Gut, wenn wir Vortrag wird gespeichert, ja. Das machen wir, genau, das sind nur alte Fragen von vorhin. Das war eine Technik, keine inhaltlichen Fragen. Okay. Kalle, wir können dich gerade nicht hören, also, wenn du jetzt dein Mikrofon freischaltest, dann könntest du deine Frage direkt stellen. Wir sehen, dass du da bist, Kalle, bis du dein Mikrofon einschalten. Macht er nicht. Das ist ja auch die einzige Frage gerade. Das Mikrofon ist ausgeschaltet. Noch stumm. Okay, wir haben auch keine schriftliche Frage, sonst machen wir dann doch weiter. Also, schreiben, wir haben jetzt kapiert, wie es geht. Okay. Dann wäre das der große Überblick und eben auch wichtig zum Verständnis, dass noch nicht alle so weit sind, dass wir Menschen sind, in verschiedenen Stadien sind und das, wo wir am weitesten sind, sind eben diese Antisens und dann würde ich da jetzt als nächstes drauf eingehen einmal. Jetzt hat er aber diese Antisens Oleonuklechide. Auch das keine neue Idee. Das hat der Jürgen Dobenschein ausgegraben. Ein Handhinken-Kurier von 1995, wenn ich mich nicht irre. Hier unten steht es. 1995. Die große Hoffnung, die Antisens Oleonuklechide. Auch damals hat man schon mit den Antisens Oleonuklechiden geforscht. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Handhinken-Kongress, wo die Anne Norremölle einen Poster hatte, wo ich dachte, das ist es doch. Und dann hat man nichts mehr gehört. Letztlich das Problem war, dass diese Antisens Oleonuklechide kleine DNA-Fragmente sind, selber, die da blockieren und die viel zu schnell abgebaut worden sind. Und man hat doch 20 Jahre Forschung gebraucht. Viele Firmen, viele Startups sind pleite gegangen in der Zwischenzeit. Das war eine große Hoffnung, weil es nicht nur vorhanden ging, sondern auch für viele andere Therapien. Letztlich jedes Protein, was sich verändern will, behandelbar ist es. Es hat einmal funktioniert wie ein Baukasten. Und jetzt hat eben Ionis und Roche vielleicht den nächsten Antisens, der jetzt so weit scheint, dass er verträglich ist und dass er in die Zellen geht. Und wenn man es beim Tierversuch untersucht, bei der Huntington-Maus, dann sieht man, dass die mRNA, also das, was die Blaupause ist, dass die weniger wird, wenn ich es einmal zu Anfang behandle. Und dass entsprechend das Huntington-Protein auch weniger wird, wenn ich es einmal zu Anfang behandle, dass eben das das macht, was es machen soll. und bei der Maus auch dazu führt, dass die Funktion besser ist, dass sie besser in diesem Rotarot, also dass sie sich bessern kann von der Motorik her und auch vom Überleben, obwohl sie schon eine viel längere Repeat-Zeit dort haben. Das heißt, als wir mit der Studie angefangen haben, hatten wir eine Menge Fragen, ob das überhaupt von der Prozedur her funktioniert. Nur mag es, weil es nicht als Tablette gegeben werden kann. Das wäre jetzt ein Stück DNA, so wie im Fleisch auch ein Stück DNA drin ist, würde ich es verdauen. muss es ins Nervenwasser gespritzt werden, also eine Lumbarpunktion im Rücken, ein Peak, was für uns Neurologen nicht so etwas Besonderes ist, ein bisschen wie eine Blutabnahme. Aber natürlich ist es, es ist erst mal unangenehm und es war erst mal die Frage, wie funktioniert das überhaupt? Und es kann bei dieser Funktion, dadurch, dass das Nervenwasser, was so ein bisschen die Hydraulikfederung des Gehirns ist, entnommen wird, Kopfschmerzen geben, die am nächsten Tag auftreten, nicht gleich danach, sondern am Tag danach oder auch mehrere Tage nach. Und das kann unangenehm sein, was aber bis jetzt für uns relativ gut funktioniert, weil wir auch etwas dazugeben, nicht nur Entnehmen, Nervenwasser, Medikament dazugeben. Es hat bei Affen, bei denen man das als große Tiere auch vorher getestet hat, eine Reflexabschwächung gesehen. Die haben wir bis jetzt nicht unbedingt gesehen bei Patienten. Das ist jetzt die Frage, ob man irgendwie Antikörper entwickelt. Das gab es bei Tieren vorher, das haben wir auch nicht unbedingt gesehen. Wenn man eine Fehlregulation hat, ob man das Medikament, die Krankheit, das Huntington-Protein zu sehr reduziert und damit eine Verschlechterung der Krankheit macht und verteilt es sich überhaupt in die Areale richtig in die Veräufe. Und das hat dazu geführt, dass wir hier in Deutschland mit Ulm und Bochum und die Ulmer Kollegen 2016 im Januar angefangen haben, die ersten Patienten zu behandeln. Und was man in dieser CS1-Studie festgestellt hat, ist eben, dass das Eiweiß entsprechend der Dosis, je höher die Dosis ist, das Huntington-Eiweiß reduziert wurde. Das ist sehr gut, dass also das passiert ist, was man nachgucken wollte, dass das Huntington-Eiweiß weniger geworden ist. Und das hat so vor zwei Jahren, habe ich das schon mal präsentiert, das waren so die ersten Daten, was man tatsächlich auch gesehen hat, wenn ich das Eiweiß reduziere, hier 20, 40, 60, 80 prozentig und das mit dem Motor-Score, also der Motorik in Verbindung setze, dann kann man hier sogar erahnen, ob es sogar eine leichte Verbesserung mit der Reduktion gibt. Das hat uns sehr euphorisch gemacht. Ich muss sagen, inzwischen werden die Patienten weiter behandelt und ich glaube, es ist ein sehr gemischtes Bild, dass nicht alle tatsächlich so stabil ist. Wir hoffen weiterhin, dass wir eine Stabilisierung dadurch erreichen können. Und dazu läuft der Moment von dem Ionis, jetzt Frosch-Antikörper, die Phase-3-Studie, wo das an 800 Patienten überprüft wird. Vielleicht das noch und dann würde ich glaube ich erst mal übergeben, das, was in der Publikation, die inzwischen raus ist, auch gesehen worden ist, auch als kritische Werte, die wir diskutieren müssen, ist, dass man einen Wert, denn das Neurofilament, das ist ein Wert, der immer erhöht ist, wenn Nerven geschädigt sind, also nach einem Schlaganfall, bei einer Multidisklerose, egal woher, auch bei der Handlikenerkrankung an sich schon erhöht ist, dass man den natürlich eigentlich reduzieren möchte im Verlauf, und dass er weniger wird, dass man dort aber gesehen hat, dass es nach der vierten Gabe zu einer Erhöhung des Wertes kam, gerade in den höheren Dosen, 90 und 120 Milligramm, und, dass es in den regelmäßigen Kernspin-Kontrollen eine Erweiterung des Ventrikelsystems gibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt tatsächlich eine Beschädigung? Werden da Zellen abgebaut? Es gibt jetzt neuere Daten, wo wir, das waren die Daten aus dieser ersten Studie, wo 46 Teilnehmer über sechs Monate nur mitgemacht haben und die viermal diese verschiedenen Dosierungen bekommen haben im Abstand von vier Wochen, gibt es inzwischen Daten aus einer Folgestudie, wo diese 46 Leute weitermachen durften, wenn sie wollten, alle wollten das, und dass dann vier oder acht Wochen die 120 Milligramm als höchst verträgliche Dosis bekommen haben. Man gesehen hat, dass es wieder etwas weniger wird vom Neurofilament und sich einzuregulieren scheint, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass das Eiweiß, dass der Antistenz, dass das Eiweiß nicht richtig resorbiert wird und das Nervenwasser nicht resorbiert wird und dadurch eine Art Wasserstau gibt sozusagen und was dann eine potenzielle Nebenwirkung diskutiert wird. Und all diese Teilnehmer können jetzt, machen im Moment in der weiteren Verlängerung mit, wo sie alle acht oder 16 Wochen das Medikament kriegen. Es gab in der Zwischenzeit eine Studie, wo Patienten, die kein Medikament gekriegt hat, als Vergleichsgruppe zu dieser Studie machen, wo man sehen will, ob man da Hinweise auf Wirksamkeit sieht. Und es gibt vor allen Dingen jetzt die Phase 3 Studie mit 800 Teilnehmern, wo alle acht oder 16 Wochen das Medikament mit 120 Milligramm gegeben wird, über zwei Jahre. Die war im April, Mai voll. Das heißt, wir müssen da jetzt noch zwei Jahre etwa warten, bis wir die Ergebnisse haben und hoffen, dass Corona uns nicht zu sehr den Ablauf der Studie beeinträchtigt, dass es trotzdem eine Verlängerung gibt, weil die Studie eine Auswertung möglich sein wird. Okay. Ich glaube an der Stelle jetzt, was ist das jetzt? Da glaube ich, da wollen wir mal übernehmen jetzt oder? Ja. Ja, wir gucken mal im Chat. Der Chat ist gut. Ich glaube, der Chat ist besser. Hallo, hört ihr uns? Das Ton stockt immer wieder. Ach so. Hallo, hallo. Wie oft kann man eine LP durchführen? So oft man will. Wir haben bei uns in Bochum viele Multiple Sklerose Patienten. Es gibt manche Kliniken, die das machen. Nicht alle Kliniken, wo man bei Multiple Sklerose auch Patienten praktisch eine Art kristallines Cortison in den Nervenkanal spritzt. Volon A. Was wir in Bochum seit schon immer, glaube ich, machen. Wo manche Patienten, bestimmte Patienten gut von profitieren, die teilweise das als erst mal zur Aufsättigung dreimal in zwei Wochen bekommen. Also am Mittwoch, am Freitag und am nächsten Dienstag oder Montag nochmal eine Funktion bekommen. Dabei sieht man häufig, dass die Zellen im Nervenwasser erhöht sind als Reiz. Etwas, was wir auch jetzt bei der Antisens-Studie gesehen haben. Eine Reizpliozytose. Also das ist der Reiz, wie die Zellen hochgehen, aber es keine richtige Entzündung ist in dem Sinne. Das sieht man bei diesen Patienten eben auch. Und die kommen dann alle drei Monate wieder. Und wir haben viele Patienten, die das schon seit zehn Jahren machen. Also die Durchführung der Lumbarpunktion ist nicht angenehm. Ja, es ist ein Kick im Rücken. Die Kopfschmerzen können wirklich unangenehm sein, das muss man sagen. Aber sonst, in der Regel, ist es eigentlich gut möglich. Und eben auch diese Patienten, die hier seit 2016 das machen, die machen das ja auch schon jetzt praktisch jeden Monat, teilweise oder alle zwei Monate eine Funktion. Seit 2016 haben wir auch schon jetzt einige Funktionen hinter sich. Gut. Ja, habe ich. Habe ich, ja. Vor allem hat ja die Open Label-Studie erlebt, dass man mit zwei Monaten die Injektionen weniger als Kinder am Lassen hat. Und dann hat es ja ziemlich erforderlich das Projekt. Aber was nicht nachgeliefert wurde, ist es ja von den Dritten weiter. Ich weiß, dass es nicht ist, aber von dem Dritten wurde jetzt leider nichts. Das ist ja auch nicht. auch nicht. Auch nur das, was publiziert ist. Also auch da ist richtig, Ventrikelweite wurde nicht nochmal neu berichtet bis jetzt. Man kann die neuen Daten auf der Homepage, HDBust Homepage sicher angucken bei dem Scott Scorbell vom Palm Springs den Vortrag, wo wir glaube ich auch gleich die Folien sehen. Ja, also ich meine, das ist noch nicht endgültig so ausgewertet, wie man das möchte, aber das ist natürlich ein Parameter, auf den es ankommt. Und das führt das gleich noch ein bisschen weiter hier und dann machen wir danach eine Pause, dass alle wieder wach werden. Gut, also, aber noch ganz kurz hier, um was es geht. Die Kernfrage heißt, was ist die richtige Dosis? Und richtige Dosis heißt nicht nur absolute Menge, die man reinspritzt, sondern auch wie häufig spritzt man das. Um zwei Sachen zu erreichen, etwas Sicheres ist und gleichzeitig etwas, was wirksam ist. Das ist das, worum es uns geht. Und beim Roche-Programm, wo wir das ja schon gesprochen haben, hier nochmal die große Studie. 791 Patienten, die jetzt eingeschlossen sind, es sieht so aus, als ob Corona-bedingt es in manchen Ländern zu Pausen gekommen ist. und um zwei Jahre Behandlung zu erlauben, ist es denkbar, dass die Studie etwas verlängert wird, sodass eine hohe Anzahl von Menschen wirklich ohne Unterbrechung zwei Jahre behandelt werden. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Das wäre also die unmittelbare Folge, vermutlich. Es ist noch nicht offiziell, aber das ist die Richtung, in die die Diskussion geht und mir schiene das sehr vernünftig zu sein, das so zu machen, in der Hoffnung auf eine klare Aussage. Hier nochmal, was Carsten auch schon gezeigt hat, das Programm insgesamt, also eine ganze Reihe von Studien, die durchgeführt werden, beginnt mit der Phase 1 Studie, die von Aionis noch durchgeführt worden ist. Die Open Label Studie ist nahezu fertig. Die Nationalistische Studie ist de facto noch nicht hundertprozentig so, dass die Datenbank geschlossen werden kann und dann die große und entscheidende Phase 3 Studie, wo es darauf ankommt, Wirksamkeit nachzupassen, klinische Wirksamkeit. Ist es wirklich so, dass die Verlauf der Erkrankung günstig beeinflusst wird? Was hier noch nicht steht, was aber in der Diskussion ist, ist, dass man überlegt, noch früher zu behandeln, deutlich früher zu behandeln. Das ist aber im Augenblick noch in der Diskussion und man kann sich, aber das ist unser gemeinsamer Eindruck von der Beobachtung der Patienten schon des Eindrucks nicht erwehren, dass die Leute, die besonders früh behandelt werden im Verlauf ihrer Erkrankung, am ehesten zu profitieren scheinen. Das ist nur ein Eindruck. Das muss natürlich überprüft werden in entsprechende Studien. Diese Studien sind ihrer Natur nach aufwendig und langwierig. Aber mein Eindruck ist, dass das sehr intensiv diskutiert wird und ich würde das sehr begrüßen, dass man genau das versucht dann auch zu machen. Jetzt hattest du ja schon auf die Open-Label-Studie näher eingegangen. Ich will nur ein paar kleine Ergänzungen machen hier nochmal, wie das gemacht ist. Also der Unterschied ist, dass die einen jeden Monat, die anderen alle zwei Monate behandelt worden sind. Aber immer mit der gleichen Menge, 120 Milligramm insgesamt. Was jetzt sehr interessant ist und das war vorher nicht klar, ist von der ersten Studie, man sieht es hier sehr deutlich, dass die Absenkung des Mutantenhandlingsdienstes noch weiter geht. Wir hatten nur Phase 1, das ist hier in rot dargestellt, ich weiß nicht, ob ihr alles sehen könnt, bis zu diesem Punkt hier. Man sieht, dass die Absenkung noch weiter geht. Man sieht jetzt auch sehr schön an den blauen Balken, das ist der angestrebte Bereich zwischen 30 und 55 Prozent ist etwa das, was wir hier anstrengen. Und man sieht sehr gut, dass mit beiden einer häufigen und einer weniger häufigen Gabe dieses Ziel erreicht wird und das bei besserer Verträglichkeit, so wie du es schon mal betont hast. Jetzt nochmal, was du schon dargestellt hast, ist dieses Signal, was uns Sorge gemacht hat. Das ist ein Marker im Nervenwasser, NFL heißt der, der üblicherweise genommen wird als ein Hinweis für eine Schädigung, dass der nach oben gegangen ist, aber dann, wie man auch hier sieht, bei längerer Beobachtung, wieder nach unten geht, aber noch nicht unter das Ausgangsniveau, wie wir uns eigentlich und idealerweise erhoffen. So ist im Augenblick die Datenlage. Ob das noch passiert, wenn man länger behandelt, ist eine offene Frage, wer weiß, aber es geht, und das ist für uns jetzt ganz geruhigend, zumindest wieder auf das zurück, was es vorgegangen ist. Also ein transienter Effekt, wenn man so sieht. Gut, auch wenn man, hier sieht man nochmal einen der Gründe, warum die zweimonatige Applikation bevorzugt wird. Man sieht hier, Eiweiß im Nervenwasser ist häufiger hoch, wenn man monatlich behandelt. Das mag ein Hinweis darauf sein, dass es zu einer Auslussstörung kommt, mag auch noch andere Gründe haben, aber wie man sieht, ist hier gar nichts zu sehen, wenn man alle jeden zweiten Monat behandelt und deswegen scheint das Verhältnis zwischen Sicherheit und Wirksamkeit günstig zu sein. Wobei, Wirksamkeit wissen wir erst in zwei Jahren. gut, soll ich mal weitermachen? Gut, also, jetzt machen wir eine Pause. Wie, Bio-Break fünf Minuten, fünf Minuten. Und für alle, auch für die zu Hause, Tornette, Wasser, Kaffee. Ich glaube, Michaela sagt, wir sollen mal weitermachen. Ich würde mal wieder anfangen. Und ich glaube, ich habe in der Diskussion jetzt hier zwei Fragen, die ich gerne noch besprechen würde. Hier ist eine Frage im Chat reingekommen, dass jemand sagt, er trägt das Handtäken-Gehlen, die Veränderung, hat keine Beschwerden, ob er sich trotzdem in einem Handtäken-Zentrum wenden soll. Da würde ich sagen, ja, das wäre sehr, sehr gut. Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn er oder sie das machen würde. Der Grund ist, im Moment, die Pharma-Studien, die im Moment laufen, das sind pharmazeutischen Medikamenten können oder sollen, werden im Moment an Patienten untersucht, die leichte Beschwerden der Erkrankung haben. Bei diesen Studien gibt es bestimmte Ein- und Ausschlussbedingungen. Nicht jeder, der gerne an einer Studie mitmachen möchte, kann das auch. Der Grund ist der, dass man ähnlich schwer oder wenig schwer erkrankte Patienten, ähnliche Patienten in der Studie haben, die werden dann zufällig zugelost, ob sie das richtige Medikament oder Placebo kriegen. Und wenn ich die zu unterschiedlich hätte, hätte ich vorher, hätte ich unterschiedliche Gruppen, die ich vergleiche und könnte die Studie nicht mehr letztlich auswerten. Deshalb können an einer Pharmastudie nur Leute, die bestimmte Kriterien erfüllen mitmachen. Die Kriterien im Moment sind, dass man leichte Beschwerden der Erkrankung hat, weil wir ja erst mal feststellen müssen, ob das, was wir an den ganzen Mäusen erforscht haben, tatsächlich stimmt, ob es tatsächlich hilft. Das können wir nur bei Leuten, die tatsächlich Beschwerden haben. Aber wenn das gelingen sollte tatsächlich und wenn es irgendeins dieser Medikamente, über die wir da gesprochen haben, irgendwann mal in der Zukunft geben sollte oder vielleicht auch mehrere, dann ist natürlich der nächste Schritt, wie Bernhard das eben schon gesagt hat, dass wir dann möglichst früh behandeln wollen und dann am liebsten schon Prämanifest, Prämanifest-Fase. Und dazu müssen wir aber wissen, was verändert sich da. Und da gibt es Studien wie die Enrol-Studie zum Beispiel, an der jeder teilnehmen kann, der irgendetwas mit Handlingem zu tun hat, wo man einmal im Jahr eine Untersuchung hat, kein Medikament, aber wir die Krankheit besser kennenlernen wollen und Vergleichswerte haben, auch in einer Unterstudie, die Clarity-Studie ist sehr wichtig, Neurofilament-Untersuchung und so weiter, wo man eben mitmachen kann, um zu sehen, was verändert sich frühzeitig, damit wir praktisch die Vorarbeit haben für die nächsten zehn Jahre, wenn es mal ein Medikament gibt, dass man dann auch schon Prämanifest mitmacht. Und dafür sind wir sehr dankbar, wenn Leute, die eben gar keine Beschwerden haben, trotzdem mitmachen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sogar um da die Vorarbeit zu tun. Ich glaube, so würde ich es mal zusammenpassen. gut, also ich, wie ich vorhin angedeutet habe, ist zumindest für die Roche-Substanz in der Diskussion schon früh, wenn alles gut verträglich ist bei einer großen Kohorte, so etwas zu überlegen. Die Schwierigkeit, die liegt auf der Hand. Was ist, worauf man guckt? Was ist der Endpunkt, nachdem man beurteilt, das Ganze war ein Erfolg? Und das ist noch Arbeit, die gemacht werden muss. Zu dieser, zu der Einigung darauf, wo man gucken muss, kann jeder, der bei der Enroll-Studie mitmacht und mit verknüpften Studien einen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen würden wir genau so, wie Carsten es ausgeführt hat, sehr dazu raten, in Kontakt zu sein mit den Zentren, auch um sich jederzeit einmal im Jahr informieren zu lassen über Möglichkeiten, die es vielleicht gibt und auf den neuesten Stand gebracht zu werden, persönlich. Gut, jetzt lassen wir uns weiter vorannehmen. Also, Antisens-Olinopatide hatten wir jetzt schon besprochen, das Ionis-Rosch-Programm, jetzt das Programm von der Firma Wave, wo es um sogenannte Allel-Selektive, eine Antisens-Olinopatide geht. Zwei Studien, die zurzeit durchgeführt werden, eine dritte ist in Planung. Was ist der Sinn dieser Sache und Carsten hat es schon erwähnt, es kommt darauf an, dass man auf der Kopie, auf dem Allel, in der die Expansion, also die Handhintermutation ist, dass man auf diesem Strang der DNA Marke hat, die dort und nur dort vorkommen und die der Ansatzpunkt sind für diese spezielle Behandlung der Firma Wave. Also, das ist hier, wie das konkret aussieht. Manche Leute haben an einer bestimmten Position einer Stelle Single Nukleotide, ein C, andere ein U und das ist der Unterschied zwischen den beiden. Die Studie sieht also so aus, dass erst einmal festgestellt wird, hat man eine Verlängerung der CAG-Länge, das macht man durch eine Blutuntersuchung und hat man dann verschiedene dieser Marker auf den beiden Chromosomen, z.B. TC, TT oder CC. Und wenn das der Fall ist, ist es dann z.B. das T immer assoziiert mit der CAG- Verlängerung, die die einige Mutation hat. Das ist passiert. Einleuchtend, oder? Gut, wenn man das jetzt macht, das ist schon darauf eingegangen worden, hier eine schöne Studie, die dieses Jahr veröffentlicht worden ist von einem Kollegen aus den USA, Herrn Klaassen, zeigt, dass bei der im ersten Single Nukleotide Polymorphism etwa 72% der Leute, die in den USA untersucht worden sind, sind. Das waren 200 Patienten etwa. Diese Besonderheit haben 61, dass beide Veränderungen, die jetzt in dieser Studie untersucht worden sind. Die Studie sieht also so aus, dass man als allererstes Mal feststellen muss, finden sich die Ansatzpunkte für die Antisens-Olinokleotide in dieser, an der richtigen Stelle, das heißt assoziiert mit der Mutanten, mit dem Mutanten-Alleo, befinden sie sich dort und kann man also dann mit Aussicht auf Erfolg behandeln. Und die Studie sieht dann so aus, dass erst ein Einzeldolos gegeben wird. Es ist immer ganz interessant, sich auch die Mengen anzugucken. 2 Milligramm, 4 Milligramm, 6, 8 Milligramm, 16 Milligramm und 32 Milligramm. Im Vergleich zu 120 Milligramm, die wir bei der Roche-Studie verwendet haben. Es gibt auch erste Ergebnisse. Also bislang, was behandelt worden ist, bis 16 Milligramm, sieht man eine Absenkung um 12%. Vorher hatten wir 60, 70%. Aber Allelselektiv vermutlich, wobei auch da nicht klar ist, weil man nicht gut messen kann, Wildtyp und das veränderte Handling. Man kann es nicht klar auseinanderhalten im Augenblick. Vor allen Dingen Wildtyp nicht richtig messen. Ob die Hoffnung, die wir haben, das Wildtyp sich überhaupt nicht verändert, in der Realität auch der Fall ist. Daran wird gearbeitet allerdings. Das werden wir auch wissen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, dass man das klärt. Nicht nur hofft, sondern auch zeigt, dass das so ist. Gut, dann war schon angesprochen worden, Carsten hat es gesagt, dass es eine Gentherapie gibt. Jetzt die erste Gentherapie für die Huntington-Erkrankung, die dieses Jahr begonnen hat. Nämlich von der Firma Unicure mit einer Genfähre, mit einem Virus. Das ist ein AAV oder Adeno-assoziiertes Virus. Nicht mehr teilungsfähig, nicht Krankheitsverursachen, kann in Nervenzellen rein und ist erprobt in verschiedenen anderen Indikationen. Und das Attraktive dabei ist, dass, wenn man so eine Genfähre benutzt, das Medikament, was man braucht, ständig selber im Körper hergestellt wird. Also eine einzige Behandlung, wenn es nicht funktioniert, reicht für eine lange Zeit. Das ist natürlich super attraktiv. Wenn es funktioniert. Jetzt, so sieht das aus. Also hier ist dieses AAV5, das benutzt die Firma Unicure. Und da reingepackt ist dieses Konstrukt. Das ist das, das Rote ist, worauf es eigentlich ankommt. Ein Micro-RNA. Und das wird hereingespritzt ins Hirn. Und hier nämlich in die sogenannten Basal-Gangnien. Ganz nett hier ein Film, der Unicure hergestellt hat. Hier sieht man die Basal-Gangnien mal ohne den Hirnmantel drumherum. Und man sieht, dass dort eingespritzt, das hat zwei Teile, Kaudatum und Putamen. Und dann wird da etwas hineingespritzt. Das sieht man von der Seite. Das ist die Zielregion. Da wird das Virus hineingebracht. Es ist hier schematisch dargestellt als diese dunklen Ablagerungen an drei Stellen, so ist die Theorie, die dann dazu führen sollen, dass sich das Ganze ausbreitet in den Basal-Gangnien hier dargestellt. Wird jetzt alles dunkel. Und dann soll sich das auch noch über die Nervenfortsätze weiter in die Hirnrinde ausbreiten. Das ist die Theorie. Und wie immer, Theorien müssen überprüft werden. Das ist eine Idee, ist eine Hoffnung. Dafür gibt es auch Anlass, dass es so funktioniert. Aber so muss man sich das vorstellen. Das Ganze hat begonnen in den USA. Es sind relativ wenige Patienten, die da im Augenblick untersucht werden, die operiert werden, neurochirurgisch operiert werden. Und dann werden die über einen Monat genau beobachtet. Dann ist jetzt schon klar, dass die über vier weitere Jahre beobachtet werden. Leuchtet auch ein. Denn wenn man das Medikament mal drin hat, wirkt es die ganze Zeit. Das ist natürlich auch eine der Risiken bei dieser Sache. Wir haben davon gesprochen. Man muss darauf achten, dass man die richtige Balance hält. Nicht zu viel von dem normalen Handlikin senken. Diese spezielle Behandlung reduziert auch das sogenannte Exxon 1. Da setzt es nämlich an. Würde also, wenn mir Exxon 1 hergestellt wird im Laufe der Erkrankung, wie bei Kindern vermutlich von vornherein. Auch da wirkt es. Die erste Substanz, die Exxon 1 tatsächlich erwischt. Und von daher ist es interessant. Also, erste Gentherapiestudie im Augenblick. Man kann sich das genauer angucken. Es gibt Diskussionen, das auch in Europa zu machen. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wäre aber mit einem anderen Protokoll. Etwas anderem Protokoll. Gut. Jetzt hatten wir vorhin darüber gesprochen, dass es wieder mit einer Genfähre auch die Möglichkeit gibt, nicht wie bei Unicure alle Formen, allerdings inklusive des Exxon 1, sondern nur die veränderte Genkopie zu beeinflussen. Und das mit diesem Zinkfingerprotein. Zinkfinger ist wie ein Finger, das drei Basen, zum Beispiel C, A und G erkennt, wird zusammengehalten durch dieses Zinkatom hier in grün dargestellt. Oder bei Ihnen sieht es gelb aus in der Folter. Bei mir auf dem Schirm sieht es grün aus. Das ist das Zinkatom. Deswegen Zinkfinger. Und diesen Zinkfinger kann man kombinieren mit einem sogenannten Repressor. Und es liegt auf der Hand, dass wenn dieser Zinkfinger C, A und G erkennt, mehr bindet, wo mehr C, A und G sind. Das heißt, alle Erkrankungen, die diese Mutation haben, mehr C, A und G, nicht nur die Haltbührenden Erkrankungen, Spinozobelehrer Ataxin aller Art, autosomal dominant, ließen sich im Prinzip damit behandeln. Und das führt dann dazu, dass weniger hergestellt wird. Alles weniger hergestellt wird. Die Bauanleitung, also die Messenger-Anarbeit, wird weniger hergestellt. Und in Folge auch das veränderte Protein. Aber das würde auch funktionieren, wenn das Problem gar nicht ein Protein ist. Myotone Dystrophie zum Beispiel hat auch viel zu viele C, A und Gs, aber in einem sogenannten Intro, einem Teil des Gens, das nicht abgelesen wird. Auch da sollte das theoretisch funktionieren. Bei der Handigstunderkrankung hat man das bei Tieren untersucht. Und man kann zeigen, dass es sehr selektiv ist. Es ist wirklich nur da, wo zu viele C, A und Gs sind. Und die biologischen Marker erholen sich, so wie man sich das wünscht. Und deswegen wird es weiter klinisch auch entwickelt von Takeda jetzt, die das Programm von Shaya übernommen hat. Sangamu hat es ursprünglich mal entwickelt. Und wer es genau nachlesen möchte, sollte sich diesen Artikel angucken, der im letzten Jahr erschienen ist. Ein sehr spannender Artikel, der die Basis dafür ist, dass klinische Studien durchgeführt werden in der Zukunft. Aber das benutzt eine Genfähne. Beim Tier kann man Erfolge erreichen bei einem Gehirn dieser Größe, hier, wie ich es ganz links zeige, Maus und Ratte. Und es ist offensichtlich, dass es eine offene Frage ist, wie gut diese Genfähne tatsächlich alle Zellen erreichen, die wir erreichen müssen. Jetzt nochmal eine Stufe weiter. Also Einspritzung, das Nerven, was wir... Ich stimme Carsten zu. Für uns ist Lumbarpunktion sowas wie Blutatmen. Nur anders. Für die Patienten, es findet hinter dem Rücken statt, buchstäblich. Kann auch wehtun. Blutatname kann nebenbei auch wehtun. Mir ist es was anderes. Aber für uns ist das im Prinzip Blutat. Das war ein bisschen provokatisch. Ich bin auch jetzt ein bisschen provokatisch. Ich will das jetzt nicht völlig verharmeln. Aber attraktiv wäre natürlich, eine Pille zu nehmen, wie üblich. Nur um einen ähnlichen Effekt zu haben. Nämlich die Neubildung von Huntington durch Abbau der Bauableitungen zu hemmen. Und das kann erreicht werden dadurch, dass man sich ausnutzt, eine Tatsache, dass nämlich jede Zelle in unserem Körper eine Qualitätskontrolle hat für die Bauanleitung. Und wenn vorzeitig ein Stopp da ist, wo es nicht hingehört, dann geht die Zelle davon aus, das ist ein Irrtum, das muss abgebaut werden. Nennt sich eine Translation-Linked mRNA-DK. Also die Qualitätskontrolle der Zelle erkennt ein zu frühes Stopp-Signal und baut die Bauanleitung ab. Und in Folge davon hat man weniger Bauanleitungen und in Folge davon weniger Produkte. Proteinprodukte, also das Blutante, eine Huntington-Protein. Zwei Firmen, Carsten hat es erwähnt, das ist noch mehr in Wirklichkeit, haben schon Programme, die im nächsten Jahr in die Klinik kommen werden. Deswegen erwähne ich sie, es gibt noch andere Firmen, die mehr präklinisch arbeiten. Das eine ist PTC Therapeutics. Die haben jetzt auch verraten, wo denn dieses Psi-Exon, dieses Kipenil ist, dass sie mit ihrer Substanz hier dem Körper vortäuschen. Zwischen Exon 49 und Exon 50, das ist eine Huntington-Gen hat 67 Exone. Also weit weg vom ersten Exon, wo die eigentliche Mutation ist. Aber wie man hier sieht, das Ganze wird also abgebaut oder zerschreddert, sind weniger Bauanleitungen da und also wird weniger veränderte Huntington-Gen-Produkte hergestellt. Und das funktioniert sehr schön, wie man hier sehen kann. Und zwar im gesamten Gehirn, in allen Anteilen gleich. Also anders als bei Antisens-Organipolitiden, wo wir uns unsicher sind, ob alle Anteile des Gehirns gleich gut erreicht werden. Das kommt übers Blut und erreicht alles in ähnlicher Weise. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern das kann man nachmessen. In dem Basalgang, in den Striatum, eine deutliche Absenkung im Kortex die gleiche, im Kleinhirn die gleiche und besonders schön, um zur Therapiekontrolle, man kann das auch im Blut messen, also in den weißen Blutkörperschen und sieht dort, wie man hier sehr schön sieht, eine Absenkung um mehr als 50%. Die Firma Novartis hat eine ähnliche Substanz, die hat sie per Zufall entdeckt. Und das heißt, sie hat schon Daten beim Menschen. Anders als BGC, das ist am Reißbrett entstanden. Und Novartis hat schon Daten beim Menschen, kleinen Menschen, Kindern, bei denen die Substanz, für die, die eigentlich gedacht waren. Deswegen können die relativ zügig jetzt in die klinische Prüfung gehen. Da sind sie auch dabei und das wird Anfang nächsten Jahres auch so sein. Das Prinzip ist genau das Gleiche. Man kann hier bei Zellen von Menschen zeigen, dass die Bauanleitung oder die Messenger-RD deutlich abnimmt. Man kann zeigen, dass das Eiweiß deutlich abnimmt. Und man kann zeigen, dass es in einem Mausmodell, was die gleiche genomische oder DNA-Struktur hat wie der Mensch, nennt sich Bug-HD-Modell, weil da ein Stück menschliches Genom genommen worden ist, ebenfalls nachlassen. Also, das wird spannend, wie sich das weiterentwickelt. So, jetzt kommen wir noch mal zu dem Thema, was ist die Huntington-Erkrankung eigentlich im Kern? Und was Carsten schon betont hat, die Anzahl der CRG-Wiederholungen im Körper nimmt zu im Laufe des Lebens in den verschiedenen Körperzellen. Ganz drastisch kann das sein. Hier dargestellt, das kennen Sie schon von mir, im Blut 51, im Streatum, also Kaudatum und Plutamen 700. Viel, 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 viel größer. Und das ist vermutlich wichtig, sowohl für den Beginn der Erkrankung als auch für die Progression. Dafür sprechen die sogenannten Genetic-Modifier-Studien und viele andere Befunde auch. Mehrere Pharmafirmen, und deswegen erwähne ich es jetzt noch einmal, fokussieren Sie sich jetzt darauf, die Expansionslänge zu beeinflussen und zu modulieren. Eine Firma, die das macht, nennt sich Triplet Therapeutics, die versucht, die Enzyme, die DNA-Reparatur-Enzyme, die für die Verlängerung zuständig sind, herunterzuregulieren im Gehirn. Nur im Gehirn, weil man nicht, man braucht die DNA-Reparatur, die Wahrscheinlichkeit, dass bösartige Neubildungen entstehen, erhöhen möchte. Und das ist jetzt eine Frage, kann man daraus Medikamente machen, die die Anzahl der Cg-Wiederholungen stabilisieren oder gar reduzieren? Das ist ganz interessant, dieses Jahr ist erschienen in Nature Genetics, eine Arbeit, wo ein jetzt Molekül, chemisches Molekül, dazu in der Lage zu sein scheint, Kontraktionen hervorzuregen. Diese spezielle Substanz hat den Nachteil, dass sie nicht ins Gehirn geht, aber es ist ein Beweis dafür, dass es so etwas gibt. Wenn es auch noch nicht die richtigen pharmakokinetischen, so nennen wir das, Eigenschaften hat, also nicht überall im Körper sich so verteilt, wie man es gerne hinhält. Es gibt, wie Sie wissen, eine Blut-Hirn-Schranke. Andernfalls, wenn Sie das nicht hätten, immer wenn Sie ins China-Restaurant gehen und da tüchtig Blutamat als Geschmacksverstärker zu sich nehmen, würden Sie Krampfanfälle kriegen. Also es ist hilfreich, dass wir die Blut-Hirn-Schranke haben. Aber für manche Sachen ist es auch ein Nachteil, zum Beispiel manche Situationen, die nicht ins Gehirn an die einfach zu herein, sondern scheitern an der Blut-Hirn-Schranke. Also muss man sich da etwas einfangen lassen. Also es ist interessant, dass es solche Instanzen gibt. Und die Firma Expansions entwickelt weitere Entwicklungen dieses speziellen Moleküls. Was in diesem Jahr jetzt besonders dazugekommen ist, ist, dass noch einmal mehrere konkrete Ansätze entstanden sind, an der anderen Seite des Problems zu arbeiten. Wir haben jetzt nur gesprochen über Senkung der Neuproduktion. Natürlich, wenn Sie zu viel von einer Sache haben, die nicht gut ist, können Sie natürlich auch so ein Problem dadurch lesen, dass Sie die Müllabfuhr verbessern. Das ist die Idee. Also, das war schlimm oder nicht schlimm? Nicht so schlimm, okay. Ich war es runtergefahren, für die, die es nicht gesehen haben. Gut, also, hier die Idee natürlich, diese ganzen Ablagerungen von veränderten Huntington-Eiweiß, sind vermutlich nicht gut für die Zelle. Und dann kann man das benutzen, die Ansammlung in verschiedenen Zellen, auch als Nachweis dafür, dass eine Distanz wirkt. Jede Zelle hat im Prinzip zwei Müllabfuhrsysteme, wenn man so will. Das sogenannte Proteasom, das ist ein Schredder. Also, Sie kennen das aus dem Büro. Wenn Sie nicht wollen, dass das Zeug gelesen wird, kommt das in den Schredder und einzelne vier Schnipps. Das ist das, was das Proteasom macht. Dann gibt es Autophagie. Das ist so mehr, ein ganzer Müllsack verschwindet in Ihrer Müllschippe. Als Ganzes Autophagie. Gut, da gibt es jetzt für die Autophagie eine ganz interessante Entwicklung. Das gibt ein sogenanntes Adapter oder Protag-Protein. Das ist hier mal vergrößert dargestellt. Das bindet zum einen an das Zielprotein, das ist jetzt hier in grün dargestellt, mit diesem gelb dargestellten Anteil hier. Das andere bindet an ein blau dargestellt, dieses große Teil hier, an ein Enzym, was die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, eine Beschriftung herzustellen. Das geht in den Müll. Und dadurch, dass Sie jetzt hier, durch dieses kleine Teil hier, die Beschriftungsmaschinerie und das, was Sie abbauen wollen, zusammenbringen, gibt es plötzlich viele Signale für die Zelle, das gehört in den Müll. Oder noch genauer, in den Schredder, in das Proteasom. Und da gibt es eine Firma, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, und die ein Programm hat, für die Handelkrankung zusammen mit der Firma Vertex. Daneben gibt es die Möglichkeit, die Autophagie zu stimulieren. Und wieder kommt es darauf an, dass man es nicht allgemein macht, sondern dass man die Sachen, die man, in dem in unserem Fall, das veränderte Huntington-Protein, vermehrt, mit Markern versieht, die sagen, du gehörst abgebildet. Und das gibt es. Jedes Eiweiß hat oder wird in der Zelle weiter verändert. Zum Beispiel durch den Anbau von Phosphorgruppen. Oder Phosphorylierung nennt sich das. Und was neu ist, und dieses Jahr im Sommer veröffentlicht worden ist, ist, dass einer dieser Beschriftungsmaschinerien, mit einem komplizierten Namen, TWK1, was dafür sorgt, dass mehr Phosphorgruppen, die der Zelle sagen, baue mich ab, am veränderten Huntington-Protein sind, dass das erkannt worden ist, und das kann man jetzt also pharmakologisch beeinflussen, ist die Hoffnung. Und das ist ganz interessant. Ganz am Anfang, im ersten Exam des Huntington-Proteins, da gibt es Ansatzpunkte für Phosphor. Phosphor bindet an bestimmte andere Aminosäuren, Serinen, 13, 16, die sind entscheidend dafür, dass abgebaut wird, und also auch weniger Aggregate hergestellt wird. Das ist eine spannende neue Entwicklung. Und TWK1 ist nebenbei der genetische Grund für eine bestimmte Form von ALS, oder Erkrankung, die viele kennen. Das ist eine sehr schwerwiegende, sehr schnell verlaufende Erkrankung, die zum Verlust der Nervenzellen führt, die zu den Muskeln direkt ziehen. Und das ist die Gruppe aus Lausanne, die das jetzt im Einzelnen aufgeklärt hat, und eben auch dieses Enzym identifiziert hat, was jetzt ein konkreter Ansatzpunkt ist für Medikamente. Also, was jetzt tun bis zu dem Tag, bis all diese Ansätze, sei es Nachbildung hemmen, sei es Müllabwurf verbessern, eine wirklich Realität sind, und wie Sie, Carsten und ich und alle anderen Ärzte, verschreiben können. Gut, Lebensführung und eigene Aktivität ist da, aus unserer Sicht, Frau Carsten, das müssen wir nochmal, sollten wir nochmal diskutieren. Unser Eindruck ist, und Corona hat das nochmal unterstrichen, diesen Eindruck, ganz wichtig. Wenn es sportliche Übungen als Pille gäbe, dann würden alle Ärzte das verschreiben. Ständig. Und, ja, die häufig verschriebenen und nützlichste Medizin im ganzen Tag. Und die glauben wir. Gut, die, also, das kann ja auch schön sein, nicht, also, zum Beispiel in der Form, muss ja nicht nur schwitzen im, in der Muckibude sein. So ist es gemeint. Das ist unser Eindruck. Und das empfehlen wir. Aber wir hätten natürlich gerne noch deutlich mehr Belege dafür. Und deswegen rede ich nochmal ganz kurz über zwei Projekte, bei denen wir das versuchen. Erstens, die Leute dazu zu bringen, aktiv zu sein. Da hilft uns jetzt, muss man gestehen, Corona ein Stück weit. Wir wollen zu den Leuten nach Hause über ihre Videokamera. und sie animieren, was zu machen. Das ist das, eine, es ist ein Projekt, Healthy R&D von Hülberg. Und ich habe das Versögen, das zu machen. Und Domino HD, das ist aus Cardiff geleitet, wo es darum geht, welche Faktoren, kam in der Einführung heute, wer das schon gesehen hat, von Frau Winkelmann auch schon, welche Faktoren sind besonders wichtig und könnte man beeinflussen für einen besseren Verlauf der Erkrankung. Healthy R&D soll ein Versorgungsmodell über eine digitale Plattform erproben. Zu den Leuten nach Hause kommen. Die Leute zu Hause animieren, etwas zu machen und Versorgung nach Hause bringen. Das ist die Idee. Hier sehen Sie mal ein Video von einer Dame aus den Niederlanden, die das hat. Wir werden das Ganze nicht machen, aber sie ist, wie Sie sehen, noch ganz gut beieinander. Sie kann ihren Kaffee selber machen. Und wie Sie sehen, Einschränkungen sind da, aber Einschränkungen, mit denen sie gelernt hat, klar zu machen. Und sie ist auch in der Lage, wie man sieht, einen Touchscreen zu benutzen und eine Videokamera zu benutzen. Kommen Fehler vor, aber das ist, und jetzt wird gezeigt, so stellen wir uns das vor, er kommt die Mann nach Hause und erläutert und bringt die Videoplattform nach Hause. Das ist in diesem Fall die Dame, die eine Sozialarbeiterin von dem Zentrum in den Niederlanden, die das macht und die auf diesem Wege viel besseren Kontakt hat. Es ist nichts Neues, dass der Rückversicherungsbedarf von Menschen mit der Hand in der Erkrankung und ihren Familienangehörigen hoch ist. Wir erleben sehr häufig, dass am Sonntagabend unsere Studynöse ist angerufen, denn wann noch mal genau muss ich zum Studienbesuch kommen? Sonntagnachmittag, dann muss man sich überlegen, was muss man in der Vorlage alles machen. Und hier sehen Sie, dass man das einfach machen kann und das ist der Sinn, den wir ausprobieren wollen, kann man das einfach benutzerfreundlich vernünftig machen, dass es zu Hause möglich ist und sie scheint ganz zufrieden zu sein mit dem, was ihr jetzt als Möglichkeit angeboten wird. Ja, und sie ist der Bezeugung, dass sie das auch noch bewältigt. Sie lebt allein, ein zunehmendes Problem, Niederlanden ohnehin, aber für uns auch Familien gibt es nicht mehr als große Einheit. Immer mehr Leute leben allein, umso wichtiger, solche Werkzeuge dann auch nutzen zu können. Das Ganze wird gemacht von einem multinationalen Team unter, und das ist ganz wichtig, Einschluss der Patientenorganisationen. So sieht das aus. Das ist wirklich eine Achse durch Europa in diesem konkreten Fall und hat drei Phasen. Eines ist ein Beurteilungsinstrument, darauf gehe ich noch ein, zweites ist dann die Plattformentwicklung selber, das passiert parallel, und dann wollen wir gucken, ob es auch nützt. Also, das erste Modul heißt HD Needs, also ein neues Instrument zur beurteilung der Lebensqualität, das entwickelt werden soll. Das beginnt in Deutschland, in all den Ländern, die ich gezeigt habe, und da sind wir ganz entscheidend angewiesen auf ihre Unterstützung. Das ist ein Instrument, das entwickelt wird für die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen. Es kommt darauf an, dass man klar macht, was ist den Leuten wichtig und welche Bedürfnisse werden durch die Erkrankung und die alle Folgen, die daraus resultieren, beeinträchtigt und können ausgeglichen werden, zum Teil durch vernünftige Beratung oder solche Werkzeuge. Dann natürlich die Plattform als solche und dann eine randomisierte Studie, wo man vergleicht Leute, die diese Plattform nutzen und Leute, die so behandelt werden, wie man es konventioniert macht. Gut. Das ist alles Sache, die jetzt in den nächsten zwei Jahren realisiert werden sollen. Und daneben haben wir noch unser Ziel, dass wir versuchen wollen, besser zu verstehen, körperliche Aktivität, Ernährung und Schlaf als mögliche Faktoren, die den Verlauf der Erkrankung beeinflussen. Dazu brauchen wir Beobachtungsdaten. Das ist das Domino HD-Projekt, was geleitet wird von Monika Buss aus Cardiff University. Sie ist Krankengymnastik eigentlich, hat sich aber hochgearbeitet zum Professor und leitet jetzt ein klinisches Studienzimmer. Also, auch nicht selbstverständlich. Und sie ist sehr praktisch, weil sie aus einem praktischen Beruf kommt. Und da kommt es darauf an, dass wir eben uns angucken, Bewegung und erheben, Bewegungsdaten, Schlafdaten, Ernährungsgewohnheiten. Ernährungsgewohnheiten ist nicht trivial. Das ist der Teil, für den wir in Deutschland besonders zuständig sind. Und auch da sind wir entscheidend auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wie üblich, Arbeitspakete und komplizierte Karten. Und dann noch etwas, was wir mit Carsten zusammen machen werden. Nämlich, Carsten hat mit seinen Mitarbeiterinnen verhandelt. Also beide, beide Geschlechter. hat sich angeguckt, dass die Stimme, die Artikulation, etwas ist, was sich früh verändert im Rahmen der Handel von Erkrankungen. Aber nicht bei jedem in gleicher Form. Das wollen wir besser verstehen als ein mögliches Maß für die Progressionsgeschwindigkeit der Erkrankung und als ein früh sich verändernder Parameter, den man also auch in ganz frühen Stadien, in sogenannten Prodomar-Stadien der Erkrankung, vielleicht einsetzen kann. Und das versuchen wir zusammen mit Kollegen in Tschechien zu bearbeiten und haben eine Querschnittsstudie vor, eine längerfristige Beobachtungsstudie, die ergänzt wird durch Bilder vom Gehirn, die uns zeigen, welche Hirnstrukturen besonders aktiviert werden dafür. Und sieht also so aus, dass das Ganze im Rahmen der Enroll-Studie stattfindet, dass Sprache aufgenommen und analysiert wird und dass eine standardisierte Motorstudie gemacht wird, da beteiligt sich Herr Reilmann, und spezielle MR-Untersuchung. So wie es aussieht, wird das von der DFD unterstützt werden und die Sprachaufnahmen sind nicht sehr aufwendig. Das verlängert die Enroll-Visite um 15, höchstens 20 Minuten, das zu machen. Hier sind sie nochmal aufgeführt. Gut, jetzt noch will ich einen letzten Punkt machen. Die wahre Zahl der Huntington-Betroffene. Oder Carsten, willst du noch was zu sagen zu dem, was ich jetzt vorhin gemeint habe? Alles in Ordnung? Das ist richtig. Ich darf die Frage nochmal wiederholen, weil ich nicht sicher bin, ob alle zu Hause das wiederholen. Also habe ich lange gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt eine an solchen Gen-Therapie-Studie teilnimmt, wo ein Virus injiziert wird in das Gehirn, in bestimmte Regionen und es wirkt nicht, kann man dann an anderen experimentären Therapie-Studien teilnehmen? Die ehrliche Antwort heißt vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Denn das kann man nicht wieder rausnehmen, ist es drin und beeinflusst natürlich alles andere. Also das heißt aber nicht notwendigerweise, dass man nicht das Risiko eingehen sollte, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass es Konsequenzen hat über es nicht so ist, wie eine Tablette, die ich nehme und nach einer bestimmten Zeit ist die aus meinem Organismus raus und gut ist. Ja. Das ist richtig. Also wurde jetzt hier im Raum nochmal gesagt, was ist denn, wenn das ungünstige Effekt hat, also die Sache verschlechtert und nicht verbessert. Das ist richtig. Das ist eine Sorge, die wir haben dabei, nicht? Und deswegen wurden sehr großen Wert darauf gelegt, dass sehr, sehr gute präklinische Untersuchungen gemacht werden, die das unwahrscheinlich machen. Aber ausschließen, ausschließen kann man das jetzt vor der Hand nicht. vor allen Dingen nicht bei einem Ansatz, wo beide Sorten, das normale und das veränderte Huntington beeinflusst werden. Da wäre ich etwas zuversichtlicher bei dem Takeda-Ansatz, dass das weniger wahrscheinlich ist, aber sicher kann man auch da nicht sein. Das muss man ganz nüchtern sehen. Also, die Entscheidung für jeden, der sich so etwas überlegt, ist, will ich alles auf eine Karte setzen, darauf läuft es raus, setze ich alles auf eine Karte oder habe ich einen Ansatz, wo ich sage, ich will mir alle Optionen offen halten. Für die Leute ist das, ist Gentherapie nichts, die sich alle Optionen offen halten. Das muss man ganz nüchtern so sagen. Gut, also, letzte Sache, weil es auch schon noch nicht ganz viel, aber nahezu viel ist. Wahre Anzahl der Hand in den Handlungen ist. Das ist ja immer ein Thema. Und wir schätzen, das schreiben wir in unseren Lehrbüchern, dass in Europa und in Nordamerika oder allgemeiner in Gebieten, wo die Mehrzahl der Bevölkerung europäische Wurzeln hat, es irgendwas zwischen 10 und 14 Menschen pro 100.000 sind, die die Hand in den Erkrankungen haben. Der Eindruck ist, dass diese Zahlen steigen, vermutlich, und so ist auch unsere eigene Beobachtung, weil ältere Leute mit 70, 75 oder gar 80 zu uns kommen mit den Symptomen der Hand Erkrankungen, die früher dieses Alter gar nicht erreicht haben. Und die haben typischerweise auch niedrige CRG-Wiederhöhungen. Das ist genau angeguckt worden in verschiedenen Studien, sehr schöne Untersuchung von Michael Rawlins und der sagt eben auch, es scheint so zu sein, den Trend zu geben, dass die Zahl zunimmt insgesamt in den letzten Dekaden, 15 bis 20 Prozent. Jetzt ist sehr wichtig, wenn man sich über dieses Thema unterhält, von was redet man ganz genau? Prävalenz, also Häufigkeit der genetischen Veränderung oder Prävalenz der Erkrankung. Das ist nicht das Gleiche, wie jeder weiß. Gut, dafür, für die Prävalenz der Genmutation ist jetzt im letzten Jahr die erste Studie veröffentlicht, und zwar von dem Kollegen Ahmad Assis, der jetzt am DZDE in Bonn arbeitet, der hat sich große Studien genommen, populationsbasierte Kohortenstudien, und mal geguckt, wie häufig sind CRG-Verlängerungen in dieser aus völlig anderen Gründen zusammengesuchten Population von Leuten, die aber alle DNA, ihr Blut, für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt haben. Und dann kommt er auf dieses interessante Ergebnis, wenn er etwa 13.000 Menschen anguckt. Man sieht hier, das ist glaube ich auf dem Screen jetzt wenig zu sehen, ab hier ist es rot, ab hier ist es mehr als 36. und man sieht, dass der expandierbare Bereich, der ist hier in hellgrün dargestellt, sieht man schlecht, glaube ich, für sie ist es grau, ziemlich hohe Zahlen hat. Expandierbarer Bereich bedeutet, in der nachfolgenden Generation, obwohl die Leute, die diese CRG-Längen haben, nie nach menschlichem ermessen, die Huntingtonerkranken persönlich entwickeln, für die nachfolgende Generation besteht ein erhöhtes Risiko, in den pathologischen Bereich hineinzuwandern. Und die, jetzt in rot dargestellt, haben 36 bis 40 CRG-Lipids, das heißt, reduzierte Penetranz, nicht jeder, der diese Längen hat, wird auch krank, aber ein guter Anteil wird. Und jetzt haben die sich das angeguckt, also Chromosome im expandierbaren Bereich, von den 13.000 etwa, sind es immerhin mehr als 800, die das haben. Und von denen, die im pathologischen Bereich sind, 36 bis 40, werden noch nicht 100% penetrant, sind es 19. 19 von 13.000. Das heißt, die Anzahl der genetisch gesehenen um Handhintermutationsrechte ist eine Größenordnung, eine Größenordnung höher als das, was wir klinisch sehen. Das ist eine enorme Menge. Das heißt, dass der Behandlungsbedarf, wenn wir Erfolg haben mit all dem, was ich Ihnen jetzt, wie Carsten und ich Ihnen dargestellt haben, und Anlageträger behandeln, und nicht nur Leute, die bereits die Erkrankung haben, dann steigt der Behandlungsbedarf ganz substanziell. Anstatt, wo wir jetzt kalkulieren, ungefähr 13 pro 100.000 auf 130 pro 100.000. Also sind wir schon beinahe keine seltene Erkrankung. Gut, das ist Forschung. Das ist jetzt eine Studie. Mal gucken, ob sich das bestätigt. Aber die Richtung, in die es geht, ist klar. Das Problem ist größer und gesellschaftlich häufiger, als es im Augenblick erscheint. Und wenn wir Erfolg damit haben, wie wir es ja alle wünschen, dass die Erkrankung dann nicht ausbricht, dann müssen wir viel, viel mehr Leute behandeln. Jetzt ja vergleichen noch die Arbeiten zum Gang mit Erdungs Tade. Ist das interessant? Ja, das wäre gut, oder? Ja. Dann gehen wir jetzt zurück. Hast du sie da vorne und deine? wir haben unsere Sachen kombiniert. Ja, da ist doch was. Das brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Da. Genau. Das ist auch falsch. Das ist auch das gewisse Dreck. gegangen. ein kurzer Schritt zurück noch mal vorangetrieben hat vorangetrieben hat wesentlich initiiert hat nach der Reluzol-Studie. Eine Beobachtungsstudie, bei der eingetragen wird in einer anonymen Art und Weise, also man macht mit als eine Nummer hier, das sind diese Nummern an der Seite, diese Nummer wird anhand von Namen und anderen Daten generiert, aber das wird nicht gespeichert. was für eine genetische Veränderung man hat, die Motorik ist, Konzentrationswerte, bestimmte kurze neuropsychologische Tests, auch Fragen zur Stimmung, also einfach versucht wird, grob in einer Skala den Verlauf festzuhalten und da kann eben jeder mitmachen, der überhaupt irgendwas mit Handtik zu tun hat, auch Partner zum Beispiel als Vergleich, auch Leute, die noch gar keinen Test gemacht haben, stellt sich natürlich schon der Untersuchung, das muss man sagen, aber man hilft auch die Forschung voranzubringen und zum Beispiel eine Unterstudie, diese Enroll-Studie ist die Clarity-Studie, die ich auch für ganz wichtig erachte, wo dieses Neurofilament, wo wir eben schon mal darüber gesprochen haben, dieser Wert, der eine Schädigung von Nerven anzeigt, unter anderem mit untersucht wird und dort hat man aus früheren Studien schon gesehen, dass dieses Neurofilament, wenn das hier bei gesunden Kontrollen ist, dann bei Leuten, die Mutationsträger sind, aber keine motorischen Beschwerden der Erkrankung haben, schon erhöht ist, auch schon jüngeren Mutationsträgern und dann eben, je älter man wird, je näher man erkrankt, auf dem ist, auch mehr und wenn man erkrankt ist, das sind Patienten, die leicht erkrankt sind, dann nochmal deutlich, das scheint hier so ein Platt hoch zu bekommen, das heißt, dieses Neurofilament ist eben auch bei der Handliegenerkrankung, nicht nur bei Handliegen, sondern auch wahrscheinlich ein guter Marker, um einen Krankheitsverlauf zu untersuchen, obwohl ich keine Beschwerden habe. Das ist ja das, was ich brauche, wenn ich mit einem Medikament behandle, hinterher, messen will, auch ein bisschen hilft, um dann zu sehen, ob sich solche Werte dann normalisieren, hoffentlich, was dann ein Hinweis wäre für eine Behandlung und damit hoffentlich den Krankheitsausbruch zu verzögern. Und da gibt es eine sehr wichtige Studie, die ich noch gerne vorstelle, wie ich hier sehr selten finde, von der Sertra Busy, von der Londoner Gruppe, die Leute untersucht hat, die wahrscheinlich 24 Jahre vor Erkrankungsbeginn sind. Man kann ja die genetische Veränderung, wenn ich mich habe untersuchen lassen, und mein Alter andersrum rechnen, wenn ich weiß, die meisten Leute mit dem und der Repitzahl erkranken meistens in denen und dem Alter. Das ist Statistik, das ist wichtig zu sagen, das ist für den Einzelnen natürlich immer anders. Ich kann jemandem nicht vorhersagen, anhand der Repitzahl dann und dann wirst du erkrankt. Da gibt es große Varianten, aber statistisch kann ich das eben nutzen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt 100 Leute habe, die eine bestimmte Repitzahl habe, aber so jung sind, dann sind die wahrscheinlich 24 Jahre vor dem Erkrankungsbeginn entfernt zum Beispiel. Und hier hat man mit, ja, ich habe die Zahl der Teilnehmer jetzt gar nicht mehr, es waren nicht ganz 100, es waren weniger Teilnehmer in London, eben sehr ausführlich untersucht, viele neuropsychologische Untersuchungen, das sind hier unten, die alle in einem Kreis drumherum untersucht und hat dann Normwerte und die waren alle, haben keine Auffälligkeiten gehabt, also keine Schwierigkeiten der Konzentration, in der Aufmerksamkeit, diese neuropsychologischen Tests waren absolut in Ordnung, sie haben auch in der Bildgebung keine wesentlichen Veränderungen, haben sie ein bisschen in Putamen, in dieser Region, die auf der Hand getroffenen, Veränderungen gehabt, aber diese Veränderungen haben nichts mit der Dauer des Erkrankungs, voraussichtlichen Erkrankungsbeginns zu tun, dazu, dass man überlegt, ob das schon vorher so war, komme ich gleich nochmal drauf, aber nichts Eindeutiges, sage ich mal in der Bildung, aber im Nervenwasser, das ist das CSF, das Cerebral Spinal Fluid, das ist das Nervenwasser, der Neurofilamentwert war deutlich verändert, auch im Plasma, im Blut, und es gab noch einen anderen Wert, das ist der YKL40, einen Wert, der was mit Entzündung zu tun hat, auch der war verändert, 24 Jahre vor Erkrankungsbeginn, das ist wahrscheinlich so im Moment der erste Marker, den wir kennen, das, wo wir wissen, dass da tatsächlich sich etwas verändert, bisher hat sich aus der Track- und Predict-Studie, das sind die großen Beobachtungsstühle für die Bildgebung, etwa 15 Jahre vorher, Veränderungen in dem Kautatum, in dem Kernspin, neuropsychologisch, neuropsychiatrisch, Auffälligkeit, etwa 12 Jahre, also Reizbarkeit, Depression, gehäufter Auftritt und in der Kognition etwa 15, bei uns, der Christian Beste, eine Arbeit, aber auch 16 Jahre, haben die sehr, sehr anstrengend war für die Teilnehmer, wo es wahrscheinlich etwa in dem Bereich erste Veränderungen gibt. Das heißt, wir wissen, dass 15, 12, 15 Jahre vor Erkrankungsbeginn sich erste Sachen verändern, sogar der Nerven, diesen NFL-Wert, 24 Jahre vorher und wahrscheinlich wird das so der Bereich sein, in dem man irgendwann, wenn man ein Medikament hat, tatsächlich behandeln würde gerne, was natürlich aber auch abhängig davon ist, wie die Nebenwirkungen da sind. Und die Wirkung, das wird sicherlich eben dann die entscheidende Frage sein, im Balance hinterher. Wenn ich natürlich irgendwie das Risiko habe, mehr Nebenwirkungen zu verursachen, dann würde ich wahrscheinlich eher später anfangen. Das wird sicherlich hinterher eine schwierige Frage. Aber wenn es ein extrem gut verträgliches Medikament geben sollte, dann wäre das wahrscheinlich irgendwann der Bereich, wo man anfangen würde, zu behandeln. Das sind genau diese Daten. Das ist eben sinnvoll, wenn auch Leute mitmachen, die gar keine Beschwerden haben, genau das zu tun. Das soll mein letzter Punkt sein, ein bisschen mehr, gar nicht unbedingt mit der Erkrankung zu tun hat, sondern dass man inzwischen festgestellt hat, dass es wahrscheinlich, dadurch, dass Handhinken auch für die Gehirnentwicklung wichtig ist, auch Veränderungen in der Entwicklung des Gehirns gibt. Und dass das wahrscheinlich der Grund ist, dass eben in dieser Saar-Tabesi-Londoner-Arbeit auch schon leichte Veränderungen im Kaudatum-Gutamen in den Regionen war es, weniger war, aber mehr Verbindungen teilweise gibt. Da gibt es die Peknopoulos, eine Kollegin aus Iowa, die da sehr forscht und Kinder untersucht im Kernspin, die eben diese Veränderungen auch zeigen. Und man jetzt aus der Pariser Arbeitsgruppe gesehen hat, dass sich in diesem Bereich bei Föten, bei Abtreibungen praktisch untersucht worden sind, tatsächlich auch Zellwanderungen verändert haben durch das Handhinken-Protein und dadurch die Entwicklung des Gehirns etwas anders ist. Und das ist vielleicht das, was wir dann im Kernspin auch messen. Ob das nur negativ ist, das hat im Moment keine eindeutigen Auswirkungen, soweit wir wissen. Wir sehen ja, dass die Neuropsy-Tologie unverändert ist oder ob das vielleicht sogar positive Effekte haben könnte. Darüber philosophieren wir noch. Okay. Und ich glaube, das sollen meine letzten Punkte sein von mir aus. Vielen Dank. Das Wichtigste hier unten ist leider auch abgeschnitten. Herzlichen Dank an die Research Heroes, also diejenigen, die die ganzen Studien mitmachen. Das ist extrem wichtig und also die Leute, die Research Heroes, die Helden der Forschung praktisch tatsächlich eigentlich sind, die natürlich diese ganzen Studien eigentlich mitmachen und sich und Interesse haben und sich auch ja mögliche Nebenwirkungen aussetzen. Danke. Geil, noch zu kommentieren? Ja, bitte. Gerne, ganz wichtig, dass, so wie gesagt, dass wir so viel Zahl heute werden in der Forschung als wir in die Kranken gehen, also mindestens 10, das ist eine andere Schule, wo es seit 20, aber am Begegnung sind, die Zahlen werden mindestens, die sind also hoch. Wir haben also eine Nähe mit der Grundstück die gar nicht abgeholt haben. ganz wichtig, ganz wichtig, dass wir 15 Jahre oder 10 Jahre vor Hirnveränderungen haben. Wir haben neuropsychologische Wir nennen die gesund, die haben Probleme am Arbeitsplatz, die brauchen eine Diagnose. Das muss anders genannt werden als Backliefen oder Fähigkeiten. die haben Probleme, die haben Veränderungen, die müssen richtig die haben wir nicht mehr. Wir haben die Vorbereitung. Ganz wichtiger Punkt, der Herr Wichlange spricht gerade an, dass es eben diese frühen Veränderungen gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ist natürlich absolut richtig, dass wir diese frühen Veränderungen haben. Das Problem ist natürlich, dass wir bei den, das sind ja alles Gruppenuntersuchungen und daraus wissen wir, dass es eben diese frühen Veränderungen gibt, wo es ja auch schon mehrere Paper und Diskussionen dazu gibt, wie nennen wir das denn, nennen wir das Prodromal-Phase oder nennen wir das psychiatrische Huntington-Erkrankung oder Sriatal. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Prodromal-Phase ist, glaube ich, etwas, was man im Moment diskutiert. Ist absolut richtig. Im Einzelfall ist es allerdings schwierig, dass wenn ich eben jemanden habe, der Mutationsträger ist und jetzt zu mir kommt, wo ich in der Untersuchung, neurologischen Untersuchungen, keine eindeutigen Symptome feststellen kann. Das ist das, wo wir im Moment die Diagnose dran festmachen und dann, wenn motorische Auffälligkeiten sagen, jetzt ist es die Huntington-Erkrankung, wenn jemand eben eine Depression hat und dann kommt und mich dann fragt, ist das jetzt das erste Zeichen der Huntington-Erkrankung, dann muss ich leider sagen, ich kann das nicht genau sagen, weil eben auch so eine Depression entstehen kann und auch sogar in Familien bei Nicht-Gen-Trägern erhöht ist. Und letztlich dann die Behandlung in der Regel auch ähnlich aus. wird auch da jeden entsprechend antidepressiv behandelt. Wo es schwierig wird, wird bei den kognitiven Störungen natürlich. Wenn jemand einen sehr anspruchsvollen Beruf hat und dann nicht mehr so leistungsfähig ist, dann ist tatsächlich dieses Prodromal-Phase wahrscheinlich etwas, was hilfreich ist, wo man dann vielleicht auch tatsächlich Unterstützung macht, gerade im sozialen Bereich. Wir können es medizinisch nicht, aber es ist natürlich für soziale Fragestellungen sehr wichtig. Und ich glaube, dafür sind die Arbeiten hilfreich, dass man dann im Einzelfall, wenn das tatsächlich so ist, dann vielleicht auch das nutzt. Wenn ich noch eine Sache dazu ergänzen darf. Wir haben häufiger das Problem, dass wir junge Leute sehen mit motorischen Auffälligkeiten oder schizophrenen Störungen, die auch die Huntington-Mutation machen. Diese Studien, die jetzt an den Kasten gerade vorgestellt haben, helfen uns dort. Wenn das Triatum völlig normal ist, jemand hat aber eine Tickstörung oder sonstige motorische Auffälligkeiten, dann ist es hochwahrscheinlich, dass dieser Mensch Läuse und Flöhe hat, wenn man zu ausdrücken darf. Er hat die Huntington-Mutation und zudem das Pech, eine weitere, auch behandlungsbedürftige Störung zu haben. Aber das eine ist nicht Folge des anderen. Genauso bei schizophrenen Störungen. Wer im typischen Lebensalter für schizophrene Störungen, was weiß ich, an die Ende, mit 18, 19, Anfang 20, ohne dass es zu einer eindeutigen Progression kommt, solche Störungen entwickelt. Und hat ein normales Triatum in der Bildgebung. Nicht wahrscheinlich, dass dieser Teil der Symptomatik zurückzuführen ist, direkt auf die Hand hinterher. Auch das ist natürlich eine Sache, über die man diskutieren kann. Wer weiß, ob die Verschränkungen der verschiedenen Sachen nicht noch komplexer sind. Aber für alle praktischen Zwecke, glaube ich, und das ist sehr, sehr wichtig, ist es eben nicht so, dass man denken muss, ich mit 42 CRG-Repeats und 21 Jahren schizophren in der Psychiatrie bin Huntington-Krank, sondern ich habe vermutlich zwei Probleme. Es hat aber schon Einfluss darauf, wie man sich sieht und wie die Umgebung einen sieht. Finde ich nur, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist eine wichtige Sache, dass man versucht, diese Sachen auseinanderzuhalten. Ich kenne eine Reihe von Leuten, die, nachdem sie prädiktiv sich am Testen lassen, dann aufgehört haben, irgendetwas zu machen und sehr depressiv geworden sind, weil sie sich als krank gesehen haben. Und manchen Leuten kann man helfen, indem man ihnen ein Bild von ihrem Gehirn zeigt und sagt, nein, noch ist das nicht so. Das Ergebnis einer Studie hat ergeben, dass eine Darmfunktion im Zusammenhang mit Huntington vermutet wird. Kann man hier durch Ernährung oder sonstigen begünstigen? Letztlich, ja, es gibt eben das Huntington-Poting nicht nur im Gehirn, sondern im ganzen Körper. Dann gehe ich doch noch mal kurz auf eine Studie ein, die wir letztlich produziert haben, wo man diese somatische Expansion versucht hat. Das ist diese hier, wo wir von Menschen, die nach dem Tode, die sich bereit erklärt haben, nach dem Tode der Forschung zur Verfügung zu stehen, ein paar wenige, wo wir sehr dankbar für sind, und versucht haben, wie diese somatische Instabilität des Gens eben in verschiedenen Regionen des Gehirns, das hier sind alles Gehirnregionen, oder des Körpers ist. Und da hat man eben gesehen, dass es in verschiedenen Regionen des Gehirns auf jeden Fall ist und Kautdatum gar nicht das Höchste unbedingt, soweit das richtig gemessen ist, worüber man diskutieren kann. Aber vor allen Dingen auch im Körper und da besonders in der Leber verändern. Im Darm nicht so viele, aber auch Darm ist im Moment in der Wissenschaft sehr in, wird von vielen Gruppen untersucht, ist für Parkinson wahrscheinlich sehr wichtig, ein gewisses In-Thema. Wir haben auch Patienten untersucht, einen Magen-Darm-Trakt, die schon beeinträchtigt waren, motorisch, die schon schwer erkrankt waren, einfach dadurch zum Beispiel, dass man motorisch beeinträchtigt, wettlägerig ist, verändert sich die Darmmotilität, vielleicht nicht mehr Rumlaufe. Dadurch hat es, das heißt, ich weiß nicht genau, wie wichtig, wie weit das wirklich tatsächlich alles nur handig ist. Auch Medikamente beeinträchtigt, die Darmmotilität. Und da habe ich viele Einflussfaktoren, wo ich nicht weiß, ob das nur handig ist. Und ob die Ernährung tatsächlich beeinflussen kann, das wird wahrscheinlich nicht mit dem Darm zusammenhängen, sondern vielleicht auch tatsächlich mit dem Gehirn. Und das sind ja tatsächlich Studien, die Bernhard eben vorgestellt hat, dass man das in Zukunft versuchen möchte. Ich fände es tatsächlich auch immer noch gut als Enrol, ganz grob. Nur, ob da jemand Vegetarier ist, ob jemand vegan lebt, ob jemand kein Schweinefleisch isst, ganz grob abzufragen, fände ich das interessant zu machen. Es gibt ein paar wenige Studien dazu, zu mediterraner Kost zum Beispiel, wo sich bis jetzt keine eindeutigen Effekte bezahlt haben. Da würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Es gibt Hinweise, dass das hilfreich sein kann, aber keine eindeutigen Effekte. Und auch die Substanzen, Kronzimpozen, Kreatin, diese Nahrungsergänzungssubstanzen, wo wir alle mal gehofft haben, dass sie einen Einfluss haben, waren in den großen Studien leider negativ. Sodass wir im Moment eigentlich die Daten nicht eindeutig haben, dass es tatsächlich hilfreich ist. Aber das ist bis jetzt zu wenig untersucht, weil es eben große Kollektive braucht. Und die haben wir eben in der Investition in der Nutzung. Ach so. Ich dachte, war schon weiter. Wie kriege ich jetzt den Chat? Wann spricht man vom Erkrankungsbeginn? Ach so. Wann spricht man vom Erkrankungsbeginn? Ja, das ist genau die Frage, die eben, habe ich lange auch schon gestellt hat und die wir eben, glaube ich, diskutiert haben. Das ist man im Moment, weil man erst dann sagen kann, es ist tatsächlich sicher, Huntington den Erkrankungsbeginn definiert, als im Beginn der motorischen Beschwerden. Aber genau das ist eben die Frage, dass wir eben vorher schon häufig psychiatrische Beschwerden haben, neuropsychologische, also Konzentrationsstörungen, die eben, wie gesagt, 11, 15 Jahre vorher anfangen. Und dann eben das genau im Moment als Protomalphase diskutiert wird. Aber es ist für den Einzelamt immer schwierig, das auseinanderzuhalten, was ist das für mich? Ich glaube, das muss man im Einzelfall besprechen, weil man natürlich auch jemanden, der eine Depression hat, ob sie nun aufgrund der Anteck-Mutationen kommt oder aufgrund des Tests oder aufgrund der schwierigen Bedingungen zu Hause, weil ich Vater oder Mutter pflege und dadurch Stress habe, oder der Angst, selbst zu erkranken, gibt es ja viele, viele Faktoren, kann ich es so oder so natürlich behandeln. Und das ist ja das Wichtige daran. Für soziale Fragestellungen ist das natürlich auch unter Umständen wichtig, dann auch eine Protomalphase vielleicht als Diagnose zu stellen. Das ist so schwer. Das haben wir, glaube ich, eben schon besprochen. Und kann man ein Bild vom Gehirn machen, um zu schauen, ob die Erkrankung schon ausgebrochen ist? Ja, da werden wir wahrscheinlich auch hier Diskussionen haben. Ich halte nach wie vor die motorische Untersuchung für das Wichtigste, was ich sagen. Die Kernspin-Untersuchungen, die in diesen Studien gemacht werden, sind spezielle Untersuchungen, sind sehr, sehr dünnschichtig und werden sehr speziell und genau ausgewertet. Und da kann man eben diese Veränderungen 12, 15 Jahre vorher sehen. Wenn ich jemanden habe, der jetzt zu mir kommt, der Mutationsträger ist und wir einen Kernspin machen, dann kommt das sehr auf die Fragestellung an meiner Erfahrung nach. Wenn ich dasselbe Bild von jemandem, jemand, der Mutationsträger ist, demselben Radiologen gebe und sage, guck doch mal drauf, der hat Migräne, dann glaube ich, wird derjenige Radiologe sagen, das ist alles in Ordnung. Wenn ich dann dasselbe Bild von demselben Patienten in demselben Radiologen gebe und sage, guck doch mal drauf, das ist jemand, der ist Mutationsträger vorhanden. Dann kann es sein, dass der Radiologe dann auf einmal anfängt, naja, vielleicht ist das doch ein bisschen anders. Man kann das meiner Ansicht nach häufig nutzen, um den Radiologen darauf zu döppen, wenn man da einen Befund haben will, um praktisch für soziale Versorgung, für solche Sachen einen Befund zu haben, um die Härte zu haben. Aber wir alle haben verschiedene Gehirne, wir will verschiedene Nasen haben und dann ist immer die Frage, ist die Nase zu groß oder ist sie zu klein? Ich selbst habe einen ostwestfälischen Querschädel und mein Hirn sieht teilweise wie ein Hunting-Patient aus. Insofern ist das, glaube ich, immer nur bedingt auszuwerten und vielleicht longitudinal, wenn man vorher schon mal gefunden hat, dass man sie vergleichen kann, dann ist das hilfreich und es kann für viele Sachen sein, aber es ist für die Behandlung auch nicht ganz wichtig. Es ist wichtig, um andere Sachen auszuschließen. Vielleicht dazu noch eine Sache. Also hilfreich sind aus meiner Sicht, ich stimme dir völlig überein, Beurteilung durch den einzelnen Radiologen mit dem Auge setzt starke Veränderungen voraus, bevor man sich sicher sein kann. Wobei die meistens bei Munkosen bisher dann auch vorliegen. Ja, so ist es. Aber die großen Studien, zu denen alle, die bei Enroll teilnehmen, beigetragen haben, erlauben uns jetzt genauer zu sagen. Wir können viele Sachen quantifizieren. Und das hilft bei solchen Sachen. Dann zum Kern der Frage. Ich finde es sehr wichtig, dass man als Konzept im Kopf hat, nicht, dass es einen Tag gibt, an dem die Handlungserkrankung auswirkt. Das ist ein Prozess. Und ganz bei Lichte betrachtet, sind die Würfel schon gefallen im Moment der Zeugung. Man hat die Mutation oder man hat sie nicht. Und alles andere ist ein Prozess, der bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer verläuft, hängt ab von biologischen Faktoren, hängt aber auch ab von Umwelt. Und ich glaube, es ist kein hilfreicher Gedanke, sich zu fürchten vor dem Tag, an dem die Handlungserkrankung auswirkt. Es ist ein langsamer Prozess, auf den man sich einstellen kann. Man muss lernen, damit zu leben. Das sagt sich leicht. Aber ich glaube, im Kern ist es genau das, worum es geht. Man muss sich darauf einstellen, auf eine Veränderung, auf eine zusätzliche Belastung. Und es ist nicht sinnvoll, im Kopf zu haben, es gibt jetzt den Tag, bis zu dem ich gesund war, und dann den nächsten, neuen, düsteren Tag, ab dem ich jetzt krank bin. Ein Prozess. Ich glaube mal, mit der Resilienzforschung, ich weiß nicht genau, diese tolle Ergänzung, ich habe irgendeine Bötze, ich kann trotzdem noch irgendwo leben. Ja, also, der Kommentar war jetzt nochmal aus dem Auditorium, da kann eben die Resilienzforschung helfen. Mit diesem sehr praktischen Problem klar zu kommen, irgendwie doch damit zu leben, dass man eine Last im Leben auf Gebürde bekommen hat. Das gilt ja auch für die Diagose. Wir haben einen Übergang, einen Prozess von kleinen Problemen, bis hin zu der Entschärbung, wo die gemäßliche Beine ist. Das gilt auch schon bei 30 Cs. Okay, es gab hier keine weiteren Fragen mehr vom Online-Tool. Hier im Raum auch alle gesetzte Informationen. Dann sage ich aber vielen, vielen Dank für diesen teuren Vortrag. Die Informationen, ach, den sieht ich gar nicht. Das würde ich, glaube ich, hier stehen. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag, für die vielen Informationen, für Neuigkeiten aus der Forschung. Das heißt, hinsichtlich nochmal, was kann man bei Therapie, was kann man heute schon machen, was passiert in der Grundlagenforschung, was gibt es Neues am Studi, die auch vor der Tür stehen, was kommt bald und auch die praktischen Tipps, was kann man heute schon machen, um möglichst lange gesund zu bleiben, um der Krankheit ein Stückchen zu schlagen. Also, ich sage vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns hier aus Duisburg. Auf uns warten Kaffee und Kuchen und genau, wir wünschen ein schönes Wochenende, gute Zeit. Ich nüsse nochmal den Werbeblock. Wir haben das nächste Online-Seminar Ende Oktober am 24. und 25. Samstag, Sonntag. Am Samstag erwartet uns um 15 Uhr die Frau Roschitzka zum Thema Ernährungsberatung und am Sonntag um 14 Uhr die Frau Glasner und Frau Leithäuser aus Frau Küchen, die sagen was zu sozialmedizinischen Themen an Praxisbeispielen. Wer sich dafür interessiert, gerne anmelden. Gut, dann war es das von uns. Wir sagen Tschüss und allen zusammen eine gute Zeit. Danke. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.